Zu meiner Schande muss ich jetzt gestehen, ich habe bei Eggman noch nie im Online-Shop bestellt. Ich habe immer so meinen Stadts... Fuck. Ja, ich muss los. Ich glaube, mein Hund hat gerade meine Hausaufgaben geflissen. Ciao, Marco. War schön mit dir. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde The Manga. Wir sind in der 16. Runde und heute haben wir zu Besuch Redakteur Marco von Eggman Manga. Ja, danke Marco, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt auch mal dabei zu sein, nachdem ich die vergangenen Interviews auf jeden Fall schon mit Interesse verfolgt habe. Ich habe mich auch mega darüber gefreut, dass du dann auch zugesagt hast, weil du bist ja sozusagen... Wenn einer auf Twitter aktiv ist und nah am Leser, dann ist das Marco von Eggman. Es sind sehr... Ja? Zu viel des Lobes, zu viel des Lobes. Du hattest ja schon mal in irgendeinem Stream erwähnt, du bist wirklich sehr aktiv auf Twitter. Gibt da nicht viele Leute, die so aktiv sind, vielleicht Johannes oder Anton von Ultraverse, dann geht das so vielleicht in Richtung Micha. Aber du bist trotzdem, glaube ich, an der Spitze, wenn ich das mal so sagen darf. Oder Aktivität? Das könnte sein, ich weiß es natürlich nicht genau, aber ich twittere schon sehr gerne, ja. Ich habe das genau analysiert, Marco. Marco, die erste Frage, die typischste Frage bei mir. Viele wissen es, du bist jetzt nicht der Programmleiter von Eggman, du bist ein Redakteur bei Eggman. Das ist genauso wichtig, das gehört zu einem Verlag mit dazu. Deshalb, das wissen auch die meisten. Aber dennoch gibt es die wichtige Frage, die bei die Manga immer beantwortet wird. Und zwar, Marco, wie sieht deine Morgenroutine aus? Ich hatte es befürchtet, dass diese Frage kommt und sie ist so mega unspektakulär. Es tut mir jetzt schon leid eigentlich. Denn es ist natürlich ein bisschen davon abhängig, ob es ein Wochenende ist oder nicht. Aber so im ganz normalen Homeoffice, das wir gerade alle haben oder die meisten von uns, ist es wirklich, wirklich sehr banal. Ich stehe auf, dann gehe ich ins Badezimmer und mache mich so ein bisschen frisch. Ich wasche mir so den Schlaf aus den Augen. Dann gehe ich in die Küche, mache mir einen sehr, sehr großen schwarzen Kaffee. Und dann setze ich mich an meinen Schreibtisch, an dem ich jetzt auch gerade hier sitze, in meinem Schlafzimmer und lese erst mal so ein bisschen, was in der Welt passiert ist. Weil, ja, es kann ja nicht schaden, so ein bisschen informiert zu bleiben. Wobei ich zugeben muss, das vernachlässigt gerade ein bisschen. Im Moment ist so ein bisschen alles sehr trist, was man irgendwie in den News hört und liest. Deswegen setze ich mich eigentlich hier an meinen Schreibtisch und fange direkt mit meinem Kaffee an zu arbeiten. Ich frühstücke nicht. Ich trinke nur eine große Kanne. schwarzen Kaffee. Und dann, ja, geht's direkt eigentlich los ins Lektorat, in Outlook mit Mails und so. Das heißt, es wird sofort rangeklotzt. Okay. Also, das Typische, was man so eigentlich kennt. Alle denken ja vielleicht immer so, boah, ich arbeite im Verlag, da kommt jetzt irgendwie richtig special und wir sind so ähnlich wie Startup unterwegs. Dann rutschen wir nochmal mit einer Rutsche aus dem Bett oder dergleichen und dann geht's weiter irgendwie vor den Rechner. Ich find's mega cool, auf jeden Fall, dass du dir dahingehend Zeit genommen hast. Ich fand's, das muss ich dir ja mal sagen, Marco, du hast ja beim 30-Sekunden-Format mitgemacht, wo ich am Anfang gefragt habe, hey, Marco, hast du Bock irgendwie mal auf ein Interview und dann zusätzlich an diesem 30-Sekunden-Format, was ich auf YouTube habe. und das letzte Video, was du gemacht hast, ist das lustigste, was ich gesehen habe. Nicht dein Ernst, was war das letzte? Du warst, es ging ja um die nervigsten Manga-Charaktere und du hast dann auf einem Manga-Charakter mit deinem Mittelfinger gezeigt und da meintest du, ich zeig mal extra mit dem Mittelfinger drauf. Ich hab mich so kaputt gelacht und ich hab so... Alles freut mich. Ich hab so ein Feedback davon gekriegt. Ich dachte, das hat da jetzt nicht in Erz gemacht. Aber zurück zum Verlag. Mega lustig. 2000 wurde Eggman Manga gegründet. Ihr hattet ja jetzt letztes Jahr, hattet ihr dann 20-Jähriges, habt dann auch eure neue Internetseite an den Start gebracht. 2017 sind ja ganz viele neue Verlage dazugekommen. Heißt, Ultraverse kam dazu. Dann kam natürlich auch Manga-Kult dazu. Jetzt letztes Jahr kam... Letztes Jahr, ich weiß nicht, oder dieses Jahr kam ja Hayabusa als Label mit dazu. Wie findest du derzeit denn die Entwicklung und den Stand, den ihr derzeit so in der Manga-Szene habt? Bist du damit zufrieden oder wie siehst du das? Also an sich finde ich es erstmal ziemlich gut, ehrlich gesagt, dass noch so viele neue Verlage gekommen sind. Das klingt jetzt ein bisschen fast schon verlogen, denn wer würde sagen, ja bitte, mehr Konkurrenz. Ist doch eigentlich eine Quatschaussage. Aber natürlich ist Konkurrenz auch eigentlich sinnvoll für einen gesunden und vor allem einen gesund wachsenden Markt. Und man sieht ja jetzt auch, dass der Markt weiter wächst und dass der Markt das durchaus verkraften kann, dass es mehr Verlage gibt, die die Leser versorgen. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, jeder hat vielleicht ein bisschen so sein eigenes Steckenpferd. Jeder weiß, worin er gut ist. Jeder macht irgendwie seine coolen eigenen Sachen, mit denen er Erfahrung hat. Und genau so ist es natürlich bei uns auch. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie viele Leute das draußen mitbekommen haben, aber das ist unser doch noch relativ junges Team. Denn bei Egmont Manga gab es vor nicht allzu langer Zeit, gab es eigentlich relativ viel Personalwechsel, wo eigentlich so die Leute, die in den fast letzten Jahrzehnten, muss man sagen, wo die quasi ausgetauscht, in Anführungszeichen, wurden, mit neueren Leuten, die dann quasi einfach den Staffelstart übernommen haben, wenn man so will. Unter anderem ich zum Beispiel. Also ich bin ja auch erst seit 2018 in der Redaktion von Egmont Manga. Und ich habe vorher schon im Verlagswesen gearbeitet, aber eben nicht in dieser Position. Und ich habe den Eindruck, dass es uns allen eigentlich relativ gut getan hat, beziehungsweise, dass wir auch alle damit gelernt haben, umzugehen. Und ich glaube, gerade in Kombination mit diesem neuen Team ist da echt was sehr Cooles draus entstanden. Also ich habe zum Beispiel, ohne jetzt natürlich die Arbeit meiner Vorgänger trashen zu wollen, habe ich den Eindruck, dass wir einfach sehr gute Programmarbeit gerade machen, dass wir irgendwie coole Lizenzen an Land ziehen und dass sich da aber auch nicht so viel mit der Konkurrenz beißt. Also ich habe das Gefühl, das ist alles irgendwie, es ist fast in ruhigere und bessere Fahrwasser geraten und ich bin sehr zufrieden mit den aktuellen Entwicklungen, muss ich sagen. Wir hätten es ja gerade auch schon auf Stream so ein bisschen drüber gesprochen. Du hast ja auch extrem viel Kontakt mit den anderen Leuten aus den Verlagen. Ich finde das auch dahingehend gut, dass die sich so nicht bekriegen. Also man kriegt ja das, also vielleicht als Kunde oder als Endverbraucher kriegt man das ja gar nicht so mit, wie es da so intern abläuft. Ob ihr dann sagt, boah, da ist mir jetzt gerade Johannes von Ultraverse über den Weg gelaufen, den könnte ich ja mal köpfen. Als Beispiel. Ich finde das eigentlich ganz cool, was man auch so hat, den Austausch, wenn man das mal auf Twitter mitverfolgt, wie ihr dann euch gegenseitig mal so ein bisschen stichelt oder dergleichen. Ist das eigentlich schon, glaube ich, die richtige Richtung? Weil das ist auch das Gleiche, was ich mit diesem Mangelkanal so verfolge, dass man die Community wirklich mal ein bisschen mehr zusammenkommt, dass mal viele zusammenarbeiten und sowas. Und das finde ich halt auch cool, dass das im Verlagsbereich dann halt auch passiert. Fand es dann zum Beispiel auch cool, letzte Woche, ach, vorletzte Woche hat Kai, Steffen, Schwarz ein bisschen dann auch über die anderen gesprochen. Dann kam jeder mal irgendwie drin vor, sodass man sich da dahingehend auch mal austauscht. Total. Ja, du hattest es gerade angesprochen, die Lizenzen und wie ihr da aufgestellt seid. Für mich oder für ganz viele aus der Community ist es ja so, dass Egmont, wenn man den Namen in den Mund nimmt, die Hauptanlaufstelle für den Bereich Boys Love ist. Das wird sich so in der Community gesagt. Ihr habt da auch echt viele Lizenzen dahingehend. Jetzt kam ja natürlich auch Hayabusa da hinzu. Ich weiß nicht, wie sich das Ganze vielleicht von diesem Bereich, ob ihr euch, wir können da ja gleich später nochmal drauf eingehen, wie da vielleicht das Konkurrenzdenken vielleicht da wäre. Aber im Allgemeinen wollte ich eigentlich mit dieser Frage so ein bisschen bezwecken. Ihr habt ja Sachen, die extrem gut laufen, sei es Chainsaw Man, sei es Conan, sei es zum Beispiel Noragami oder dergleichen. Das sind ja alles Sachen, die jetzt nicht direkt in diesen BL-Bereich treffen. Gibt es da für zukünftige Programme, gibt es da weiterhin den gleichen Fokus BL und ihr sagt dann, hey, wir nehmen einfach zwei, drei Titel mehr schonen und seinen mit dazu? Oder wenn man sich so das Aktuelle jetzt in der zweiten Hälfte mal anguckt, ist das auch wieder ein Großteil dann BL Shoujo. Ich will das auch gar nicht schlechtreden, um Gottes Willen. Und dann vielleicht ein kleinerer Teil schonen und seinen. Wie siehst du das? Also man muss natürlich dazu sagen, das hatte ich auch gerade schon angesprochen, jeder Verlag hat so ein bisschen sein Steckenpferd und ich habe das Gefühl, dass wir uns im Verlauf der vergangenen Jahre ein bisschen den Ruf erarbeitet haben, dass wir sehr solide Boys-Lauftitel auswählen. Und auch wenn das persönlich überhaupt nicht mein Genre ist, behaupte ich mal, das stimmt. Also wir haben immer da ein relativ ausgewogenes Programm und Ausgewogenheit ist auch eigentlich schon das Stichwort, denn wenn man jetzt beispielsweise unsere Programmankündigung sieht, die wir dann immer mit Covern abbilden und dann ist erst mal irgendwie die Hälfte aller Cover ist plötzlich Boys-Lauft und alle Nicht-Boys-Lauft-Leser schlagen die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, scheiß Egmont, was soll das wieder? Nur Boys-Lauft gemacht. Viele Leute vergessen aber natürlich, dass ganz viele davon Einzelbände sind, die natürlich alle mit einem eigenen Cover abgebildet werden. Gleichzeitig hat man aber natürlich Serien wie Chainsaw Man. Da erscheint jeder, jeden zweiten Monat erscheint da ein neuer Band. Der wird aber da nur mit einem Cover abgebildet. Und wenn du das dann umrechnest auf quasi einzelne Titel pro Programm, ist es eigentlich gar nicht so, dass wir irgendwie sehr, sehr viel mehr Boys-Lauft-Bände als beispielsweise andere Manga machen. Das ist, glaube ich, eher so ein bisschen eine Fehleinschätzung, weil die Lizenzen sehr viel kleiner und kürzer sind. Man muss aber natürlich schon dazu sagen, dass wir im Vergleich zu manchen anderen Verlagen relativ viel Boys-Lauft machen, weil wir aber auch wissen, dass es die Leserschaft dafür in Deutschland gibt. Das verkauft sich natürlich auch. Also wir würden das natürlich als ökonomisch arbeitendes Unternehmen nicht veröffentlichen, wenn es keiner kaufen würde. Ja, klar. Und ich glaube, wir sind intern ganz zufrieden mit unserer Auswahl und mit der Kombination unserer oder Zusammensetzung unserer Programme, weil wir eigentlich schon darauf achten, dass das relativ gleichmäßig gestaltet ist. Also wir würden jetzt nicht noch mehr Boys-Lauft machen, aber auch nicht weniger, weil wir einfach das Gefühl haben, dass das gerade ein Level ist, was solide ist. Wir versuchen ja genauso, aber Shonen, Szenen, Shoujo, Jose, alles da weiter reinzupacken. Irgendwie ein Horror-Manga für die Horror-Fans. Dann wollen wir mindestens irgendwie vielleicht eine romantische Story für jüngere Leserinnen und so weiter und so fort. Also wir versuchen da schon eine Ausgewogenheit zu generieren. Spannend. Auf jeden Fall sehr spannend. Also dann auch mal deine Sicht zu hören, weil das geistert ja immer so ein bisschen in der Community rum und das finde ich auch teilweise, wenn man eure Titelauswahl dann halt sieht, finde ich das halt dann auch mal teilweise fehl eingeschätzt und finde es auch mal cool, dass dann mal ein Redakteur dann auch mal direkt das so sagt, wie er diese Aufteilung findet, der einzelnen Lizenzen. Du hast es gerade schon angesprochen, Thema Mitarbeiter. Es gab einen extremen Umschwung. Viele denken immer, Egmont ist jetzt, natürlich ihr seid, ich weiß gar nicht, ist das eine Tochter oder eine Abspaltung oder ein Label-Egmont-Manga, weil Egmont selber gibt es ja auch als Magazin-Herausgeber und Bücher und so weiter. Wie ist da denn die Mitarbeiteraufteilung? Also wie viele Mitarbeiter arbeiten denn jetzt direkt in diesem Manga-Bereich und dann habt ihr bestimmt ein paar Leute, die ihr vielleicht noch aus dem Buchbereich mit abzieht, vielleicht Vertrieb oder dergleichen. Wie sieht das da bei euch aus? Also zuerst mal muss man vielleicht richtigstellen, so ja, wir sind Teil von Egmont auf jeden Fall, dem großen Verlagshaus, das ja auch eigentlich ein dänisches Verlagshaus ist. Wir sind ja, wenn man so will, nur die deutsche Zweigstelle und genau, also die Leute, die beispielsweise das Mickey-Maus-Magazin machen oder das lustige Taschenbuch, die sitzen einfach ein Stockwerk unter uns. Also es ist schon quasi alles dieselbe große Firma. Das Manga-Label an sich ist aber tatsächlich sehr, sehr klein. Also wir sind quasi so eine kleine Enklave in einem größeren Verlagshaus und unser Manga-Team an sich besteht tatsächlich erst mal aus drei Redakteurinnen und mir, also wir sind vier insgesamt, dann dem Programmleiter Micha, den ja vielleicht auch einige schon kennen. Dann haben wir noch studentische Assistenzstellen, die eigentlich auch regelmäßig besetzt sind. Davon haben wir, würde ich mal sagen, zwei. Manchmal teilen wir uns die auch mit anderen Labels. Mittlerweile sind es aber tatsächlich zwei. Und solche Leute, wie beispielsweise aus dem Vertrieb, da haben wir einen Kollegen, der wirklich exklusiv für uns zuständig ist. Dann gibt es aber auch andere Kollegen aus dem Vertrieb, die Manga unter anderem betreuen, gleichzeitig aber auch, wie du schon richtig festgestellt hast, für andere Teile des Verlags zuständig sind. Das heißt, wir teilen uns die Vertriebsmitarbeiter, genauso teilen wir uns die Herstellungsmitarbeiter, die dann für die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit der Druckerei und so verantwortlich sind, die teilen wir uns quasi mit dem Rest des Hauses. Wir sind nicht reine Manga-Mitarbeiter. Das heißt, das reine Manga-Team ist zum Beispiel echt sehr, 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 sehr klein. War das denn vor dem Umschwung, war das da größer oder wurden genau die gleichen Stellen ähnlich dann auch wieder besetzt? Nee, tatsächlich ist das schon immer in diesem ungefähren Dreh. Also ich weiß nicht, wie es ganz, ganz früher war, als ich noch nicht da war. Ich war zum Beispiel 2012, als ich aus Japan zurückkam, war ich schon mal als studentische Assistenz eingestellt bei Egmont Manga und da war es auf jeden Fall sehr ähnlich. Also es war immer ein sehr, sehr kleines Team in einem größeren Verlagshaus. Okay. Ich habe da eine unabhängige Frage und das wurde heute erst sogar im Discord, glaube ich, besprochen bei uns. Wie würdest du das eigentlich, also wie fändest du diese Zusammensetzung, wenn du sagst, ihr seid so ungefähr, sage ich jetzt mal, sieben Mitarbeiter. Wenn du jetzt sagen würdest, okay, ihr würdet jetzt nach und nach wie ein großes Unternehmen, sei es so sich ein IT-Unternehmen oder ein Ökonomie-Unternehmen oder dergleichen, einfach Mitarbeiter immer weiter aufstocken und dadurch vielleicht, also vielleicht an Redakteuren und dadurch wahrscheinlich mehr Lizenzen rausbringen, würdest du das, glaube ich, sehen, dass ihr dadurch noch größer werden würdet oder, das ist jetzt eine schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob du da weißt, worauf ich hinaus will. Klar. Wie siehst du das da? glaubst du, wenn ihr zwei, drei Redakteure mehr bekommen würdet, würdet ihr dann auch mehr Manga rausbringen oder würdet größer wachsen? Man sieht jetzt immer bei Ultraverse zum Beispiel, klar, Ultraverse steht für sich unabhängig, aber die haben schon wieder zwei neue Mitarbeiter eingestellt. Ich weiß nicht, wie viele Mitarbeiter die irgendwann haben. Nachher haben die 50 Mitarbeiter und knallen im Monat 40 Lizenzen raus. Ich weiß nicht, ob das so der Fall ist im Verlagsgeschäft. Wie siehst du das? Also ich bin auch auf jeden Fall immer wieder erstaunt, wie viel die Kollegen in Hamburg einstellen. Aber man muss dazu sagen, bei Ultraverse ist es ja zum Beispiel auch nochmal eine andere Situation, weil man merkt es ja jetzt schon mit diversen weiteren Produkten, die da erschienen sind, beispielsweise in der DVD und so, was ich natürlich auch super cool finde. Also erstmal Props an die Kollegen bei Ultraverse. Das ist eine super coole Idee, super cooles Projekt und was ich gesehen habe, ist auch echt super cool geworden. Tatsache ist aber, dass wir solche Projekte gerade in unseren Kapazitäten, unabhängig jetzt von Manga, sondern wirklich die ganzen Inhouse-Kapazitäten bei Egmont, da haben wir sowas gerade einfach nicht auf dem Schirm und haben da auch nicht die Möglichkeiten zu. Klar könnte man sagen, wir stellen sehr, sehr viel mehr Leute ein. Da haben es aber kleinere Verlage wie Ultraverse deutlich leichter, denn wir bewegen uns wirklich in einem megagroßen Unternehmen, das ja eigentlich aus Kopenhagen gesteuert wird und da kann man jetzt nicht einfach sagen so, hey, könnt ihr uns mal bitte einfach die Kohle geben, noch vier weitere Redakteure einzustellen und vielleicht eine eigene Herstellung und dann vielleicht noch ein eigenes Marketing-Team und wir sind uns sicher, da wird alles richtig geil, aber gebt mal jetzt Kohle erstmal. Also so einfach funktioniert das, glaube ich nicht. Ich glaube, wenn man noch ein bisschen jüngerer ist, fast so Start-up-Character, muss man ja sagen, dann kann man sich da sehr viel mehr leisten beziehungsweise sehr viel mehr experimentieren in Anführungszeichen und auch einfach einfacher expandieren. Das klingt tatsächlich ungewöhnlich, dass man als kleines Unternehmen einfacher expandiert, aber ich glaube, es ist tatsächlich so, solche großen Verlagsmühlen malen dann stellenweise doch sehr, sehr langsam und hinzu kommt natürlich, dass man gleichzeitig mitbedenken muss, was verkraftet der deutsche Markt. Wir sind ja nicht in Japan, das heißt, wir können nicht unbegrenzt Manga raushauen. Ich weiß, ich habe gesagt, klar, schön, dass es mehrere Verlage jetzt gibt, die auch irgendwie neue Produkte bringen, gleichzeitig ist aber nicht nach oben hin offen. Also man muss natürlich trotzdem sehen so, hey, guck mal, die Verkaufszahlen hier und da, der Absatz und die Büchertische bei Thalia und den anderen Läden werden ja auch nicht größer. Also das heißt, irgendwann ist einfach Schluss mit den Kapazitäten, mit den Manga-Kapazitäten des deutschen Marktes und ich glaube, man versucht erst mal die aktuellen Kapazitäten auszureizen beziehungsweise da auf quasi ein Level zu gelangen, dass es vielleicht einem erlauben würde zu expandieren oder zumindest, dass man absehen könnte. Hier lohnt sich eine Expansion und ich glaube, da ist man einfach gerade nicht. Also ich glaube, das wird bei Egmont in naher Zukunft nicht passieren. Okay. Aber trotzdem, mega spannendes Thema. Also ich finde das cool, dass du da so mal drüber geschoren hast. So weit sind wir glaube ich in diesem Discord-Gespräch gar nicht gegangen. Ich finde das aber mal dann spannend, dass du das mal so in die Richtung dann halt gelenkt hast. Es gibt, wo wir schon bei den einzelnen Verlagen gerade waren, es gibt immer so Vorzeigetitel, die einen Verlag hat oder wo der Verlag vielleicht teilweise mit in Verbindung gebracht wird. Jetzt bei Manga-Kult ist zum Beispiel so ein Demon Slayer, vielleicht Ultraverse ist derzeit ein Solo-Leveling. Wie sieht das denn bei Egmont aus? Ist das ein Conan oder? Na ganz klar. Also auf jeden Fall Conan ist unser allererfolgreichster Titel überhaupt. Das allein mit den Verkaufszahlen schwer zu toppen, läuft natürlich auch schon seit vielen, vielen Jahren. Also er hat ein bisschen Vorsprung. Gleichzeitig natürlich Sailor Moon, das ist auch so eine Kult-Lizenz, die man eigentlich, ja, die man zu Hause fast im Regal stehen haben muss, sage ich mal. So einfach quasi als Manga-Grundbildung. Und das ist natürlich auch Titel, die sich nach wie vor super verkaufen. Also man denkt natürlich auch so, hey, müssen wir nicht eigentlich irgendwann alle deutschen Leserinnen und Leser mit Sailor Moon-Bänden versorgt haben? Aber nein, anscheinend nicht. Also es muss natürlich trotzdem irgendwie regelmäßig nachproduziert werden, weil einfach die Nachfrage besteht. Gleichzeitig kommen aber auch neue Titel dazu, was ich halt sehr schön finde. Also quasi man muss nicht bangen, dass vielleicht Conan oder Sailor Moon, na gut, Sailor Moon ist eh schon seit sehr vielen Jahren abgeschlossen, aber dass Conan irgendwann wegfällt oder sowas, denn es kommen Titel wie beispielsweise auch Chainsaw Man nach und Chainsaw Man ist, glaube ich, echt gerade so, sowohl privat als auch beruflich mein absolutes Highlight, weil ich erstens mal die Serie sehr, sehr gerne lese, privat. Ich finde, das ist ein super Manga. Gleichzeitig aber auch, also der verkauft sich so wahnsinnig gut, muss ich an dieser Stelle auch direkt nochmal ein fettes Danke raushauen an alle, die jetzt gerade zugucken und Chainsaw Man gelesen haben oder lesen. Das ist der Wahnsinn. Also so habe ich noch nie quasi Nachdrucke bearbeiten müssen und betreut und so viel positives Feedback auch online zu lesen, auf Twitter, auf Facebook und sonst wo, das ist absolut befriedigend. Also Kai war ja bei dir und Kai ist ja quasi in Besitz aller erfolgreichen Schonen-Lizenzen. So Attack on Titan, es ist ganz klar Dragon Ball, Naruto, so ist alles. Klar, es gibt auch erfolgreiche Schonen-Lizenzen bei anderen Verlagen, aber du weißt, was ich meine. Die großen fetten Dinger sind gefühlt immer bei Carlson, allen voran natürlich One Piece. Und ich habe das Gefühl, mit Chainsaw Man haben wir jetzt auch mal so einen Titel an der Backe, der vielleicht natürlich jetzt noch nicht irgendwie auf Naruto-Level irgendwie Bekanntheit erreicht hat, aber der sich einfach gerade schon wie geschnitten Brot verkauft. Und mal als kleine Anekdote, ich denke, so viel darf ich spoilern, wenn nicht, werde ich natürlich am Montag gefeuert, aber es ist absoluter Wahnsinn. Der nächste Chainsaw Man Band erscheint erst im August und erst habe ich die Nachricht bekommen, das war letzte Woche, wir müssen die Startauflage erhöhen, weil es gibt zu viele Vorbesteller, es ist zu gefragt, alle wollen ihn haben, wir müssen mehr davon drucken. Also haben wir die Startauflage erhöht. Heute habe ich die Nachricht bekommen, dass wir nochmal, also schon bevor der Titel in den Handel gegangen ist, eine zweite Auflage drucken müssen, weil die erhöhte Startauflage nicht reicht. Also wie krass ist das? Sowas hatte ich noch nie einfach. Und es sind Nachdrucke in riesigen Größenordnungen. Also das ist echt super erfreulich, weil man natürlich einerseits auch wirklich um die Lizenz gekämpft hat und sich coole Sachen überlegt hat, wie beispielsweise diesen Schutzumschlag, den man machen wollte und man hat sich einfach gesagt, so hey, ganz ehrlich, das wäre doch jetzt super geil, wenn wir die bekommen und das ist so ein toller Titel und guck doch inhaltlich, kann der auch echt was und lass uns mal brainstormen, was wir für Marketingaktionen machen könnten und man investiert da viel Ellbogenschweiß rein, dann bekommt man die Lizenz, bearbeitet sie auch mega, ich sag mal, gewissenhaft. Sorry an alle, die jetzt zum Beispiel finden, dass Chainsaw Man nicht gewissenhaft bearbeitet wurde, dann nehme ich das auf meine Kappe als Redakteur, aber ich habe da echt viel Mühe reingesteckt. Ich habe mir irgendwie Mühe gegeben, dass sich das Ding gut liest, zusammen natürlich mit dem Übersetzer und der Lektorin um Gottes Willen, also es ist nicht allein mein Verdienst, aber man investiert viel Zeit und Mühe rein und wenn man dann sieht, dass dieses Produkt so performt, ist es einfach eine echte Genugtuung, weil man das natürlich auch sehr oft gegenteilig hatte. Also ich hatte schon andere Titel, in die ich sehr viel investiert hatte, weil ich der Meinung war, dass sie ganz grandios sind, die sich dann aber halt einfach auf dem deutschen Markt nicht der gleichen Beliebtheit erfreuten, wie beispielsweise in Japan. Und ja, es ist echt sehr schön einfach. Du musst ja auch, als du, ich weiß nicht, wann du die Info gekriegt hast, aber du musst ja Hardcore gefeiert haben, als es bekannt gab, also bekannt wurde, dass Studio Mappa sozusagen Chainsaw Man als Anime übernimmt. Das ist ja das Highlight überhaupt. Wer Mappa kriegt, das ist ja, Erfolg ist vorprogrammiert, was soll's, was will man da sagen, ne? Also vielleicht scheiden sich da auch so ein bisschen die Geistes, es gibt ja auch durchaus Flops von Mappa, aber in der Tat, was sie so in letzter Zeit abgeliefert haben, kann schon sehr viel. Und gerade, weil ich auch kurz vorher, also kurz bevor die Chainsaw Man Ankündigung quasi seitens Mappa lief, hatte ich Dorohedoro geguckt, auch den Anime von Mappa und den fand ich grandios, wirklich super, super gutes Ding und ich hab mich natürlich mega gefreut, als dann auch rausgekommen ist, Chainsaw Man wird von Mappa umgesetzt, weil ich dachte so, wow, sie waren bei Dorohedoro, der originalen Manga-Vorlage, sehr, sehr treu und ich hatte natürlich die Hoffnung, dass das bei Chainsaw Man auch der Fall sein wird, weil Fujimoto-Sensei's Style ist schon auch tricky umzusetzen, das ist jetzt kein Wald- und Wiesen-Manga in Sachen Zeichenstil und auch inhaltlich. Klar hat er so ein paar Tropes, aber allein visuell ist es schon eine Herausforderung, glaube ich, und deswegen war ich dann echt sehr, sehr happy, als ich den Trailer letztens gesehen hab und der halt mega geil aussah, also pre-animated hin oder her, das sah einfach mega gut aus. Ich will eigentlich noch später drauf eingehen, aber wir können da gerne nochmal kurz über diesen Trailer reden, ich bin auch derzeit aktuell bei Chainsaw Man, ich hatte am Anfang meine Probleme, muss ich ganz ehrlich geschehen, die ersten beiden Bände, das waren so meine Props und dann im dritten Band ging es dann für mich los, endlich, sodass ich sage, okay, das ist meine Reihe und jetzt bin ich voll dabei, weil ich hab das Ding ein bisschen zu ernst genommen, so, und Chainsaw Man, weiß ich nicht, ob Chainsaw Man hundertprozentig ernst genommen werden möchte. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Genau, das ist nämlich mein Fohle, ich geh da nämlich immer ernst dran und denk mir dann so, okay, das wird bestimmt so ein richtig geiles, ernstes Teil und dann macht er sich über sich selbst lustig die einzelnen Denji und Power, müssen wir ja nicht drüber reden, die sind ja, die haben ja richtig einen Klatsch, das ist ja der Ohrhammer. Total. Und ich finde, der Trailer, der Anime-Trailer, der zeigt das so gar nicht und ich bin gespannt, wenn die Leute anfangen, diesen Anime zu schauen, was die dann nachher denken. Ich finde der Anime, ich weiß nicht, wie der das so ging, der Anime-Trailer, der war so ein bisschen horrormäßig, touchig irgendwie angehaucht und alles vielleicht so ein bisschen ernster, so ein bisschen mysteriös und dann guckst du wahrscheinlich in die erste Folge rein und denkst dir so, boah geil, das ist ja übelster Trash von dem Comedy-Faktor. Wie hast du das so gesehen? Also ich finde das Grandiose an Chainsaw Man ist auf jeden Fall, dass es so genau diese weirde Kombination ist, von der du gerade gesprochen hast. Also einerseits ist es düster, gritty, es ist mega brutal, klar, das Ding heißt Chainsaw Man, es ist klar, dass damit nicht nur Holzhacken geht. Also es ist wirklich total abgefahren, dass es auch in der Weekly Shown & Jump lief, weil du denkst, was, Weekly Shown & Jump? So ein Gemetzel? Krass. So und so düster und natürlich auch schon sehr melancholisch. Also ich finde, das ist das Faszinierende auch an der Reihe, weil trotz all des klamaukigen Humors und dann beispielsweise auch Dingis anfänglicher Motivation, so ich will einfach mal irgendwie eine Frau daten und vielleicht auch keiner ein bisschen an ihren Brüsten rumfummeln. So das wäre schon alles, was ich zum Glücklichsein im Leben brauche. Das ist ja einerseits, liest es sich wie der ultimative Klamauk, andererseits, wenn du es in den Kontext setzt, dieser Geschichte, dass der einfach komplett am Boden angekommen ist. Er kann sich kein Brotaufstrich leisten, geschweige denn Brot. Also er lebt von der Hand in den Mund, er lebt in einem kleinen Schuppen vor Tokio irgendwo und es wirklich, seine Träume beschränken sich auf solche Banalitäten, dass das schon wieder greifbar wird. Also es ist einerseits Klamauk und andererseits unendlich traurig und nachvollziehbar, weil du weißt ja, für diesen Typ ist das kein Klamauk. Für diesen Typen ist das nicht so ein humoristisches Transportmittel für pubertierende Leser, sondern für diesen Typen ist das ein echtes Highlight. Für den wäre das so ein Highlight, der könnte danach in Frieden sterben. Und das macht sie auch einerseits schon wieder so traurig und lustig und dann ist es gleichzeitig brutal und spannend und so. Also es ist so eine krasse, komplexe Mischung aus Emotionen und verschiedenen Themen. Das hatte ich so einfach noch nie bei einem Manga und finde es gerade deswegen auch super, super spannend. Werden wir gleich dann wahrscheinlich noch mal ein bisschen weiter drauf eingehen. Ich finde das auch ein extrem spannendes Thema. Transform Man ist auf jeden Fall ein Manga, der auf jeden Fall demnächst ganz oben steht in den Amazon-Best-Zellern wahrscheinlich, wo vorher jetzt Jujutsu Kaisen stand. Wenn jetzt dann irgendwann der Anime kommt wahrscheinlich. Also ich habe auf jeden Fall gesehen, dass der, ich glaube, es war letzte Woche, vorletzte Woche, waren auf jeden Fall, glaube ich, vier Chainsaw Man-Bände. Vier von fünf bereits erschienen waren auf jeden Fall in den Top-Charts. Das war natürlich mega erfreulich, ganz klar. Ja. Da hat jetzt, kam gerade aus dem Chat, vielleicht darf ich die Frage auch stellen, du hattest gerade über diese erhöhte Auflage gesprochen. Kann man sagen, wie viel du erhöhen musstest nochmal extra? Puh, das ist natürlich eine gute Frage, ob ich das sagen darf. Ich sage auf jeden Fall, es ist der fünfstellige Bereich, was ja auch für den Manga-Markt absolut keine Selbstverständlichkeit ist. Aber ob ich jetzt genau Zahlen nennen darf oder sollte, da würde ich auf Nummer sicher gehen. Aber es ist auf jeden Fall kein kleiner Nachschub, sondern es ist wirklich, also von so einer Auflage träumen manche Spitzentitel, die mit dem ersten Band an den Start gehen. Und das ist halt einfach quasi ein Nachdruck von einem noch nicht erschienen Band 6. Also heftig, einfach heftig. Also sollte man die erste Auflage haben wollen, sollte man auf jeden Fall schnell zugreifen wahrscheinlich. Genau, richtig, richtig. Ja. Wie siehst du denn das Thema, also gehen wir mal einen ganzen Schwung zurück nochmal. Okay, ich bin voll cool. Einmal reverse. Wie, das war falsch, eigentlich heißt das Rewind. Ist egal, so. Wie komme ich denn auf reverse? Kommen wir nochmal auf diesen allgemeinen Markt nochmal zurück. Wie siehst du eigentlich derzeit den Stand von digitalem Manga? Ich sehe ihn zwiegespalten, wie wahrscheinlich so viele. Es ist natürlich so, das Digitale ist die Zukunft. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Gleichzeitig bewegen wir uns in einem Feld, wo es extrem vielen Leuten extrem wichtig ist, ein physisches Produkt in der Hand zu haben. Also es ist auch wirklich eine Sammlerleidenschaft. Ich meine, ich persönlich kann da aus Erfahrung sprechen. Ich lese zum Beispiel sehr viel auf meinem Kindle, aber gleichzeitig, gerade im Manga-Bereich, muss ich sagen, sogar mehr als im Bereich in Anführungszeichen normaler Bücher, ist es bei Manga so, dass ich die auch physisch haben will. Ich will da irgendwie so eine komplette Reihe in meinem Regal stehen haben. Das gibt mir irgendein Gefühl der Komplettierung, der Vollständigkeit und der Zufriedenheit. Und ich glaube, dass das was ganz Internalisiertes ist, was man so leicht aus den Leuten nicht rauskriegt. Wir merken natürlich genauso wie in Japan, der E-Manga-Markt, der wächst, ganz klar, aber er wächst langsam. Und er wächst deutlich langsamer als in Japan. Und er ist auf jeden Fall noch auf einem kleinen, auf einem niedrigen Niveau. Also er steckt in den Kinderschuhen. Und also bis das wirklich auf einem Level ist, dass man sagen kann, das wird der physischen, dem physischen Buchdruck gefährlich, da werden, meiner Einschätzung nach, das kann natürlich auch komplett daneben sein, aber meiner Einschätzung nach, noch Jahrzehnte ins Land gehen. Wie ist das, wobei auf das Thema wollte ich eigentlich später noch eingehen, vielleicht holen wir das nicht so weit aus. Wie sieht das dann dann im Bereich, das wird einem ja trotzdem in die Karten spielen beim Thema Nachdruck. Du brauchst ja eigentlich nur die, was heißt eigentlich nur, du brauchst ja eigentlich nur die Lizenz für den digitalen Manga. Wenn man jetzt sagt, okay, der Band 4 oder Band 5 ist jetzt komplett, oder die Reihe läuft jetzt nicht gut, Band 5 und 6 und 7 und 8, was weiß ich, sind irgendwie out of print, dass man dann einfach sagt, okay, man nimmt den digitalen Manga und der ist ja eigentlich dauerhaft verfügbar. Wie siehst du das denn so? Also ich, ja. Nee, bitte stell deine Frage. Ich will das, also du brauchst das jetzt nicht mega ausführen, wir gehen da gleich nochmal direkt auf diesen Nachdruck ein, aber so jetzt im Bereich digitalen Manga, wie das in die Karten spielt. Natürlich richtig, also Tatsache ist auf jeden Fall, dass die meisten unserer Manga, ich würde sagen 98% unserer Manga, die wir jetzt veröffentlichen, erscheinen auch in der digitalen Version. Das traf natürlich damals nicht auf alle Manga zu, weil man nicht immer auch die E-Manga-Rechte eingekauft hat. Das sind zwei separate Lizenzen und es gab auch Lizenzgeber, die gar keine E-Manga-Lizenzen erstmal ausgestellt haben. Das heißt, da hat man ein bisschen in die Röhre geschaut, aber ansonsten ist das Ding auch immer erstmal digital verfügbar und es ist natürlich, wenn es einem wirklich nur um den Inhalt geht, ist das eine komplett legitime Alternative, logischerweise, weil du kannst da dann natürlich sagen so, oh shit, bei 20 ist es nicht mehr lieferbar, ich lese das Ding halt auf meinem Kindle fertig. Das ist super sinnvoll und du kannst danach einfach bei Band 21, der wieder lieferbar ist, weiterlesen. Da kommen wir allerdings halt zu dem Problem, dass das für die ganzen Completionists unter den Manga-Lesern ist das natürlich komplett unzufriedenstellend. Die haben dann eine Reihe mit 30 Bänden im Regal, wo Band 20 fehlt, den sie auf ihrem Kindle lesen mussten. Also da muss man kein OCD haben, glaube ich, um zu merken, so, fuck, ich will doch den 20er jetzt auch in dieses Regal hineinschieben. Deswegen ist es natürlich, wenn es einem nur um den Inhalt geht, legitim, andernfalls leider kein vollwertiger Ersatz. Okay, gut. Werden wir aber gleich auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr darauf eingehen, auf dieses Nachdruckthema. Ihr habt 2020, habt ihr eine neue Homepage an den Start gebracht. Bist du mit der Homepage, wenn ich dich jetzt einfach mal überfalle, bist du damit hundertprozentig zufrieden? Plant ihr damit vielleicht noch erweiterte Features oder ist das erstmal der Stand, den ihr so beibehaltet? Also man muss direkt dazu sagen, das ist natürlich für so ein kleines Team ein Mammutprojekt, weil wir dann auf externe Hilfe angewiesen sind, ganz klar. Und wir dann auch immer mit Leuten kommunizieren müssen, für die Manga kein gängiges Medium ist. Das heißt, wenn wir uns beispielsweise an Agentur wenden oder an Kollegen aus Dänemark oder sonst wen und sagen, hey, pass auf, wir haben hier dieses verrückte Medium, was ihr für chinesische Sexhefte haltet und es ist aber ein japanischer Comic und er funktioniert so und wir bräuchten Leseproben, die in umgekehrter Richtung laufen und jede Reihe hat mindestens 20 Bände und das muss so und so dargestellt werden und so, dann schlagen die auch erstmal die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ach du Scheiße, was sollen wir euch programmieren? Also es ist quasi erstmal sehr komplex umzusetzen, gerade wie gesagt, wenn du ein sehr kleines Team bist und unser Anspruch war am Anfang auf jeden Fall erstmal eine Produktübersichtsseite zu generieren. Also dass du sagen kannst, hey, ich interessiere mich jetzt gerade für, was weiß ich, Detektiv Conan Band 1, ich gebe das auf egmondmanga.de ein, dann wird mir dieser Band angezeigt, dann kann ich mir irgendwie mit einem halbwegs schönen Interface anzeigen lassen, was es mit diesem Band auf sich hat und dann kriege ich vielleicht noch eine Weiterleitung in unseren Shop oder einen Kaufen-Button oder sonst irgendwas. Das war der Basic-Anspruch und alles Weitere natürlich sollte dann im Nachklapp passieren. Also es war nie, nie gedacht, dass wir quasi das einfach dabei belassen, sondern es war dann einfach so, hey, lass uns first things first machen und danach kommt beispielsweise alles Weitere. Und jetzt im Moment ist es zum Beispiel so gewesen, dass tatsächlich zu unserer Unzufriedenheit beim Launch doch noch relativ viele Dinge im Argen lagen und viele Kinderkrankheiten, sage ich einfach, auf dieser Website sich tummelten und die sind teilweise gar nicht so einfach auszumerzen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Das mag natürlich auch ein bisschen daran liegen, dass wir Redakteure sind. Wir haben natürlich von so der Website nicht so viel Ahnung. Das heißt, wir sehen dann sowas wie diese Anzeige hier, die funktioniert nicht richtig. Macht mal, dass das so angezeigt wird. Und wir sagen das aus einem Redakteur-Standpunkt mit überhaupt keinem technischen Webseiten-Design-Know-how und die Leute, die die Website programmieren, sagen dann so, ja, so einfach geht das nicht, das müssen wir so oder so machen und das muss ja auch alles automatisiert laufen und das läuft dann mit unserer internen Datenbank zusammen und dann muss man irgendwie eine API, also einen Schnittstil programmieren und so weiter und so fort. Das dauert alles relativ lange leider und ist unnötig komplex. Deswegen, long story short, ich bin tatsächlich mit der Website noch nicht zufrieden, kann ich einfach mal so direkt sagen. Ich meine, man muss sich auch nur irgendwie mal eine halbe Stunde wirklich im Detail auf der Webseite umgeguckt haben, um zu merken, da gibt es einfach hier und da noch Verbesserungsbedarf und ich würde mir wünschen, dass es weniger lang dauert, den auszumerzen, diesen Verbesserungsbedarf, aber wir sind da auf jeden Fall noch dran und sind noch lange nicht fertig. So viel kann man, glaube ich, sagen. Okay, cool. Es gibt ja auch auf eurer Seite im Footer unten, das haben ja vielleicht auch manche noch gar nicht so richtig entdeckt. Man kann ja Wünsche bei euch einreichen, Lizenzvorschläge. Wird das oft genutzt bei euch? Kriegt ihr da tagtäglich oder wöchentlich extrem viele Sachen mit oder kennt das Feature vielleicht nicht so viele Leute? Also ich glaube, angesichts der Tatsache, dass wir das Feature auch schon auf unserer alten Website hatten, ein bisschen prominenter sogar, ist es vielleicht vielen Fans einfach schon bekannt, dass es das gibt, diese Option, gerade weil es, glaube ich, auch bei fast allen Verlagen irgendwie so ähnlich funktioniert oder man zumindest auf Social Media irgendwie schreiben kann, so hey, guckt euch doch mal folgende Lizenz an und deswegen ist das quasi schon so ein bisschen internalisiert bei den Fans und wird tatsächlich sehr, sehr häufig genutzt auch und das sind auch übrigens nur, um das mal den Leuten zu verklickern, diese Mails landen nicht automatisch irgendwie im Papierkorb von unserem Outlook oder so, sondern die werden tatsächlich alle von unserer studentischen Assistenz sortiert, dann wird quasi vermerkt, welcher Manga ganz besonders viele Stimmen bekommen hat, dann den haben uns jetzt nur zwei Leute geschickt, das ist wahrscheinlich nicht so mega krass, bekannt, beliebt, was auch immer, aber guckt doch mal Manga XY, den haben schon 15 Leute jetzt jüngst an uns geschickt, guckt da doch mal vielleicht schnell rein, so der scheint gerade sehr beliebt zu sein oder so, also es wird durchaus auch ausgewertet, was da an uns geschickt wird. Aber auch so, dass man plötzlich mal merkt oder kann es mal vorkommen, dass irgendwer sagt, okay, ich trage jetzt über zwei, drei Wochen einen Titel einfach mal bei euch öfters ein, was weiß ich, ich nehme jetzt Chainsaw Man, ist ja bei euch lizenziert, aber dann kommt irgendwer, ich nenne mich jetzt Daniel Schuber, so jetzt Up Chainsaw Man, dann zwei Tage später Katja XY und so weiter, ist das schon mal vorgekommen, dass man merkt, da wird Unfug mitgetrieben? Also so richtigen, richtigen Spam quasi in der Hinsicht hatten wir tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist den meisten Leuten vielleicht auch schon ein bisschen zu umständlich, weil du ja dann dir sehr viele Wegwerf-E-Mail-Adressen anlegen müsstest und solchen Kram und das ist, ja, glaube ich, für das, was man sich davon erhofft, ist das vielleicht auch nicht so richtig wert, weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt sehe, also ich betreue dieses Postfach zwar nicht, das macht, wie gesagt, die studentische Kollegin, aber wenn du siehst, so an einem Tag, hey, hier sind plötzlich 400 Chainsaw Man-E-Mails reingekommen, also dann wirst du natürlich ein bisschen hellhörig und denkst dir so, äh, warte mal, dann versuchst du das zu analysieren, guckst, von welchem Absender stammen die und es sind alles kompletter Buchstabenwirrwarr und das sind alles so Wegwerfe-E-Mailer, das sind dann weißt du so, ah, okay, hier hat jemand einfach irgendwie ein Bot benutzt oder, oder gespammt, okay, muss man wahrscheinlich nicht für Bademünze nehmen, also das ist aber auch, wie gesagt, eigentlich so noch nicht passiert, meines Wissens nach. Okay. Ähm, wir sind ja jetzt in der schönen und tollen Corona-Zeit, die so jeder irgendwie liebt und, äh, keiner kann irgendwie auf Messen fahren, ähm, wie ist das bei euch? Ihr hattet jetzt letztens, äh, Inga, Micha und du hatten, äh, einen Stream, wo ihr ein bisschen transparenter ein bisschen was erzählt habt. Habt ihr noch irgendwie weitere Online-Events oder dergleichen geplant, so für, äh, Also, ähm, das war ja auf jeden Fall, wie viele von euch sicher schon wissen, unser erster Stream. Das heißt, es war so für uns Neuland. Wie Frau Merkel mal zu sagen pflegt, das Internet ist für uns alle Neuland. Ähm, und, äh, so, so war es tatsächlich. Ähm, wir, wir haben uns da echt sehr hart einfuchsen müssen. Auch hier kam uns wieder zum Nachteil, dass wir ein sehr, sehr kleines Team sind. Das heißt, wir haben das alles neben der Arbeitszeit natürlich irgendwie noch, 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 ausbaldobert, wie das, wie das eigentlich geht mit diesem OBS und, und Twitch und sonst was, weil privat von uns halt jetzt auch niemand Streamer ist. Also ich bin Konsument, aber eigentlich kein Streamer und, ähm, und deswegen war das, war das so ein bisschen quasi ein erster Gehversuch und wir dachten im Rahmen der Leipziger Buchmesse, die eben ausgefallen ist, ist das doch ganz schön, so eine, so ein Gespräch, wie man es vielleicht normalerweise am, am Stand hätte, am, am Leipziger Buchmessen stand, ähm, mit den, mit den Fans zu führen und einfach ein bisschen so eine, so eine persönliche Ebene zu schaffen, weil das ja, man sieht es ja, es ist definitiv, für die, für die anderen Verlage längst Gang und Gäbe, zumindest größtenteils, das auch mal gestreamt wird und ja, wir wollten da eigentlich nicht fehlen, deswegen, deswegen haben wir das losgetreten und da wird es auch in Zukunft sicher noch, ähm, sicher noch mehr geben. Ich weiß nicht, ob ich das an dieser Stelle des, des Holding-Streams schon spoilern sollte, aber es wird auf jeden Fall, ähm, im Juli sogar noch einen Stream geben, ähm, also definitiv erst zweite Juli hilft, das heißt, wir werden das rechtzeitig ankündigen, ähm, wo wir, wo wir über ein Projekt sprechen möchten, das wir gerade mit deutschen Zeichnern, äh, machen, ähm, da sind wir, sind wir sehr, ähm, ja, excited, sage ich einfach mal und, ähm, das, das wird dann quasi vorgestellt in diesem Stream, ähm, das heißt, wir werden das auch in Zukunft nutzen, um einerseits vielleicht ein bisschen über die Programmgestaltung zu sprechen, über solche Extra-Projekte, wie jetzt mit den deutschen Zeichnern und Zeichnerinnen gleichzeitig, aber haben wir uns eigentlich auch gedacht, da muss man natürlich immer die Zeit für finden, aber wir möchten uns auch einfach mal hinsetzen und ein bisschen mit den Leuten da draußen quatschen, also stellt uns einfach irgendwelche Fragen, die stellen euch vielleicht einfach, keine Ahnung, ein paar Manga aus unserem Programm vor, von denen wir glauben, dass die noch nicht so viele Leute kennen oder so, weil halt alle irgendwie nur Detektiv Con und Chainsaw Man gekauft haben und viele andere dann vielleicht ein bisschen unter dem Radar geflogen sind und dann setzen wir uns halt einfach mal hin und sagen so, hey, heute Freitagabend, wenn ihr noch nichts zu tun habt, wir erzählen euch ein bisschen was zum Manga XY. So. Das ist so der Plan. Okay. Ich bin gespannt. Also ich werde das auf jeden Fall verfolgen und werde mir das auf jeden Fall angucken. Ich fand den letzten Stream schon echt cool. Das doofe war. Ich war einfach unterwegs im Auto und ich habe dann YouTube irgendwie angemacht und mein Handy irgendwo hingestellt und habe mir das dann noch währenddessen live angehört, weil ich ja wusste, ja, ich wusste ja, ich habe ja das Interview, ich hatte eine Woche oder zwei Wochen vorher hatte ich die ja geschrieben und gefragt, ob ich ein Interview mit euch kriege und dann hattet ihr das Interview oder sozusagen diese Live-Session da mit euch. Wollte unbedingt wissen, was darin vorkam. Da wurden ja auch so Themen angesprochen wie Vagabond und dergleichen. Das fand ich dahingehend auch mega interessant und auch extrem transparent und das finde ich ja so in letzter Zeit echt cool, dass die Verlage teilweise extrem transparent geworden sind. Aber dass ihr jetzt sowas macht wie, es gibt ja zum Beispiel Tokio Pop selbst macht ja Bene zum Beispiel die YouTube-Videos für Tokio Pop, dann gibt es ja bei Ultraverse dieses Ultra Live, Kaze hat ja dieses Kaze-Kaffee oder Retrospektive, ich weiß nicht, wie die das alles nennen. Wann ist denn Eggman soweit und Eggman wird aktiv auf YouTube? Also ich sage mal, so den Channel gibt es ja bereits seit geraumer Zeit. Ich glaube, für die nähere Zukunft wird es sich darauf beschränken, dass die Streams, die wir machen, von denen ich gerade schon gesprochen habe, dort abrufbar sind, aber dass es wirklich regelmäßige Formate gibt, die wir dann auch vielleicht gar nicht als Stream erst vorher aufzeichnen, sondern die wirklich quasi offline aufgezeichnet und dann hochgeladen werden. Bis dahin dauert es vermutlich noch ein bisschen, das ist nicht so, das kann ich bestimmt verraten, also dass wir nie darüber gesprochen hätten, ganz klar. Also wir sehen ja, was andere Verlage machen und wir sehen auch, was wir machen wollen. Gleichzeitig und auch hier, ich will das nicht ständig als Ausrede vorschieben, aber es ist nun mal ein Faktor, der sehr, sehr viel beeinflusst, sind wir, wie gesagt, dieses wahnsinnig kleine Team. Heißt, wenn du beispielsweise jetzt kein eigenes Marketing-Team hast, was sich für dich hinsetzt und ja auch wirklich mit Expertise Manga bewirbt beispielsweise oder darüber spricht, dann machst du das eben selbst als Redakteur. Und also ich kann nur aus meiner eigenen Warte sprechen. Ich mache jetzt schon so viele Überstunden, dass ich mir eigentlich kaum ausmalen kann, in welchem zeitlichen Rahmen ich das machen wollen würde, ohne meine Freizeit dafür komplett zu opfern. Also das heißt, man müsste sich wirklich, wirklich quasi irgendwie, ja, bemühen, sage ich mal, einfach Slots zu finden und Leute, die natürlich auch das nötige Know-how haben oder die Zeit, sich das Know-how anzueignen, um das alles unter Dach und Fach zu bringen. Also ich glaube, da sind wir einfach wieder, gerade natürlich auch, weil du Beispiele wie Altaverse und Kaze genannt hast, das sind ja auch einfach Leute, die gefühlt 15 Mal so viele Mitarbeiter haben wie wir. Da sind wir einfach, ja, können wir nicht mit der Konkurrenz mithalten. Kann ich aber voll und ganz verstehen. Ich weiß ja, wie viele Auswirkungen das hat, wenn man neben seiner Arbeit, ich arbeite ja auch nochmal 40, 42 Stunden die Woche, da nochmal einen YouTube-Channel betreut. Das ist ja schon auch extrem ausgeartet bei mir und ich weiß auch, wie viel Arbeit da drin steckt, wenn man dann auch mal Sachen vorproduziert und dergleichen, wenn man dafür jetzt in der Arbeitswelt oder allgemein so jetzt keine Timeslots findet oder du sagst, okay, du hast 35 Stunden, die du selbst an deiner Redakteurarbeit hast und dann wirst du 5 Stunden vielleicht in diese Streams und Videoproduktion, boah, das ist fast kaum handelbar. Das ist echt schwierig. Du willst ja auch, dass es gut aussieht. Also du willst ja nicht irgendeinen Trash machen, also nicht mehr als notwendig und ja, eine gewisse Qualität soll erreicht werden und das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Ja, deshalb voll und ganz Nachvollziehung. Wenn wir auf den Markt eingehen, wir hatten es ganz am Anfang schon ein bisschen gesagt, so diese Entwicklung von euch, wo du jetzt sagst, so dass das alles bei euch extrem gut durch diesen Wechsel von den Mitarbeitern gelaufen ist. 2020, 2021 für den Mangamarkt extrem gut gewesen, 2021 sogar noch besser für als 2020. Glaubst du, das wird nach unserer schönen Corona-Krise, wird das danach noch weiter so gehen? Glaubst du, die Leute werden weiterhin am Ball bleiben und immer noch so viel Geld für Manga ausgeben oder glaubst du, das wird so teilweise verschwinden? Also teilweise auf jeden Fall. Da bin ich eigentlich fest von überzeugt, dass wir teilweise auch wieder runterfahren werden. Das ist, glaube ich, einfach der Natur der Dinge geschuldet. Also so grausam das auch klingt, ja, wir Verlage haben auf jeden Fall von der Pandemie profitiert. Das war natürlich auch von Anfang an nicht absehbar. Ich meine, wie oft hat man schon Pandemien? Und das ist natürlich, trotz all dieser grausamen Umstände, ist das natürlich sehr erfreulich, aber das wird nicht anhalten, prophezeie ich. Das heißt nicht, dass es unbedingt auf das vorherige Level zurückgefahren werden muss. Also zum Beispiel ist ja auch so Titel wie Chainsaw Man, die uns gerade, kann man nicht anders sagen, sehr viel Geld in die Kassen spülen. die sind ja weiterhin am Markt und die sind auch erst während der Pandemie gestartet. Das heißt, sowas nehmen wir natürlich mit. Das ist schon klar. Deswegen glaube ich, dass wir uns über einem Level bewegen, dass das quasi, also über einem Prä-Pandemie-Level bewegen. Aber ich glaube nicht, dass es so weiter geht mit diesem absoluten Höhenflug, den man gerade verzeichnet. Und wie siehst du das in diesem stationären Handel? Heißt online oder stationär, dass du diese Verkäufe ankurbelst? Ich weiß nicht, wie ihr da so unterwegs seid. Zum Beispiel Ultraverse sagt jetzt, ihr Online-Shop ist extrem am Boomen. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Online-Shop aussieht. Wie siehst du so diese derzeitige Entwicklung von dem Online-Handel und dem stationären Handel? Bist du damit für dich jetzt zufrieden? Also denkst du, dass das jetzt im Allgemeinen gut läuft? Also wenn du dir den stationären Handel zum Beispiel mal anguckst? Also da bin ich natürlich so mittelmäßig, nur mittelmäßig der richtige Ansprechpartner für. Da ja beispielsweise Vertriebskollegen oder beispielsweise die Kolleginnen und Kolleginnen, die unseren Shop betreuen, deutlich geeigneter wären, hier wirklich fundierte Aussagen auch zu treffen. Aber was ich immer so mitbekomme, zumindest am Rande in meiner redaktionellen Gruft quasi, wo ich einfach nur die Produkte raushaue, ist eigentlich, dass der stationäre Handel jetzt gerade auch während der Pandemie trotz allem überraschend gut performt hat auch einfach. Also man muss dazu sagen, zum Beispiel hier in Berlin waren ja weitgehend alle Buchläden geöffnet, während das in anderen Teilen Deutschlands nicht der Fall war. Und ich glaube auch gerade mit solchen Marketingaktionen, die wir halbwegs regelmäßig fahren, vor allem für Spitzentitel, wie jetzt beispielsweise so Chainsaw Man Aufsteller. Klar, das ist nicht die Neuerfindung des Rades, ganz, ganz klar. Aber wenn du eine geile Illustration hast, wie bei Chainsaw Man der Fall oder irgendwelche schönen Deckenhänger zum Morde, Doll und Urataro und so, wenn du da coole Illus hast und allein über solche Sachen im stationären Handel Aufmerksamkeit auf dich lenken kannst, ist das nach wie vor eine großartige Sache, ganz klar. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass gerade während der Pandemie ein Online-Handel unabdingbar ist. Also natürlich hat auch unser Shop deutlich steigende Zahlen während der Pandemie verbucht. Das ist ja klar, weil die Leute sitzen zu Hause und gerade in den Ortschaften oder an den Orten, wo eben keine Buchläden geöffnet sind, da bestellst du eben im Idealfall nicht über Amazon, sondern eben über beispielsweise egmont-shop.de oder so. Ist es denn da auch so, ich zu meiner Schande muss ich jetzt gestehen, ich habe bei Egmont noch nie im Online-Shop bestellt. Ich habe immer so meinen Stats... Fuck! Ja, ich muss los, ich glaube, mein Hund hat gerade meine Hausaufgaben geflissen. Ciao, Marco! War schön mit dir! Nein, ich habe immer so meinen stationären Comic-Laden, wo ich eigentlich dann auch immer direkt meine Sachen bestelle. wie ist es denn da so mit Postkarten, Poster oder dergleichen? Kann man das bei euch auch in den Warenkorb packen und wird das intern besprochen, dass ihr das immer aktuell umsetzt? Wie ist da so der Zyklus? Gibt es das so? Also, tatsächlich ist es so, dass wir, also um das mal übrigens vorwegzunehmen, es ist total okay, bei seinem stationären Comic-Handel einzukaufen. Das ist auch total löblich. Also unterstützt bitte euren lokalen Comic-Händler. Da möchte ich an dieser Stelle mal zu aufrufen. Aber wenn ihr online bestellt, das sei an dieser Stelle vielleicht auch nochmal gesagt, schaut mal, ob die Verlage eine eigene Homepage haben, weil da geht natürlich jeder Penny, den ihr ausgibt, geht an den Verlag und fließt dann logischerweise potenziell in die Erwirtschaftung neuer Manga-Lizenzen, Nachdrucke und so weiter. All diese Dinge, während bei Amazon und Co. ja, landet das Geld halt größtenteils in den Taschen von Jeff Bezos. Unabhängig davon, bei den Extras ist es auf jeden Fall so, dass wir regelmäßig versuchen, Shop-Aktionen zu fahren. Wo wir die Leser mit verschiedenen Goodies versorgen, sage ich einfach mal. Seien es Postkarten, seien es Sticker, seien es vielleicht auch ganz andere Dinge. Hauptsache irgendwas Cooles liegt als Goodie bei. Auch hier muss man leider wieder dazu sagen, dass wir da als großes Unternehmen ein bisschen gelackmeiert sind, um es mal ganz altmodisch zu formulieren, weil ich habe zum Beispiel immer wieder auf Twitter gesehen, die Kollegen von Ultraverse, die haben das eigentlich ganz schön gemacht. Die haben da irgendwie ihr hauseigenes Shop-System verpacken, da teilweise alle selbst, kriegt quasi jedes Paket noch eine Kussbotschaft irgendwie und ein paar Goodies rein und so. Das finde ich auch mega schön. Also als Kunde fände ich das richtig geil. Bei uns läuft das alles natürlich viel, viel automatisierter, weil in unserem Shop gibt es natürlich auch noch viel, viel mehr Produkte wie beispielsweise Lustiges Taschenbuch oder Lucky Luke, Asterdix, dieses ganze Zeug, was wir eben neben Manga noch so verkaufen und das läuft alles über so einen Automatismus, wo es sehr schwer ist, Extras beizulegen. Das heißt, wir müssen die Extras immer an so ein großes Lager schicken, wo das dann alles maschinell auch in Kartons gepackt wird und das muss dann tatsächlich über sehr viele digitale Hürden als Aktionen im Backend angelegt und eingeflochten werden. Das heißt, wir können nicht so einfach sagen, ja, wir legen jetzt mal hier was Cooles bei und die Person, ach, guck mal, die hat irgendwie, die hat was richtig Cutes bestellt, auch für die habe ich genau das richtige Extra, packe ich hier dazu noch eine handgeschriebene Botschaft oder so. Das geht bei uns leider einfach nicht. Das ist auch wieder, wie gesagt, dieser Einflechtung in das große Unternehmen geschuldet, aber wir versuchen, wie gesagt, so regelmäßig wie möglich Extras und Postkarten und Poster für unsere Shop-Kunden anzubieten. Ja. Ich finde das interessant, wie du das jetzt gesagt hast, dass das alles so maschinell abläuft. Ich kenne das jetzt aus dem Manga-Bereich, wo ich jetzt unterwegs bin. Bei mir sind die ganzen Hardcore-Leute, die dann auch sagen, wenn da eine ganz kleine Kante drin ist, dann schicke ich das Ding wieder zurück. ist natürlich dann auch immer ein bisschen schwierig, wenn du das nicht per Hand einpackst, selbst noch in der Redaktion und dann mit Kusshand drauf und alles fertig, ist natürlich dann auch eine andere Sache. Aber ihr seid wahrscheinlich auch mit dem, wie es dann halt auch rausgeht bei euch im Shop, zufrieden? Also natürlich gibt es immer mal wieder Reklamationen, das ist klar, aber dann lassen sich die Produkte eben auch reklamieren. Also das ist ja das Recht des Kunden. Das ist natürlich ärgerlich und bedeutet ein bisschen mehr Zeitaufwand, aber in der Regel lassen sich solche Probleme natürlich auch lösen. Klar würde sich das vermeiden lassen von Anfang an, wenn man einfach alles persönlich, wie gesagt, mitsamt Handschuhen einpackt und so. Da sind uns aber auch natürlich wieder angesichts der Unternehmensgröße einfach die Hände gebunden und wir müssen uns halt mit den existierenden Systemen etablieren irgendwie. Okay. Weiß. Kommen wir auf den Manga und den Lizenzbereich. So das Thema, was so die Spannung steigt, sozusagen. Aber erst mal die entspannteste Frage, Marco, persönliche Lieblingslizenz, Egmont Manga, egal. Aller Zeiten oder gerade am Laufen? Also das ist egal, wenn du jetzt sagst, du hast eine Lieblingslizenz, du meinst zum Beispiel Vinland Saga, da mache ich gar keinen Hehl drum. Das ist so mein Lieblingsding, das ist noch Ewigkeiten nicht vom Thron gestoßen, außer das Ende wird scheiße, dann muss ich leider weinen. Wie ist es so bei dir, bei Egmont selbst, die Lizenz, brauche ich ja gar nicht sagen, wahrscheinlich Chainsaw Man oder hast du noch eine Lizenz, wo du sagst, das ist noch geiler? Aktuelle Lizenzen und Chainsaw Man gehört definitiv zu den absoluten Favoriten, da müssen wir gar nicht diskutieren. Also ich habe, sagen wir mal so, aktuell habe ich glaube ich drei Lizenzen, die mir wirklich sehr am Herzen liegen und die meiner Meinung nach unfassbar gut sind. Gleichzeitig muss ich dazu sagen, wenn es nach All-Time Favorites geht, dann Blade of the Immortal. Das ist eigentlich mein absoluter Lieblingsmanga, den finde ich absolut großartig und genau, mittlerweile müsste man ja sagen, es ist ja auch bei Manga kalt, eine Lizenz, aber da der früher bei uns erschienen ist, würde ich ihn einfach auch zu Egmont Manga rechnen und das wäre so meine Topwahl von den aktuellen Lizenzen, aber natürlich ganz, ganz klar. Chainsaw Man und wenn ich noch einen nennen darf, Ghost in the Shell. Ghost in the Shell? Uh, okay. Das ist so ein Ding wie Neo-Genesis Evangelion, das Ding, das existiert, das ist damals richtig krass gelaufen, aber da redet heute kein Mensch mehr drüber, finde ich manchmal. Das ist echt schwierig. Auch Akira. So Akira, du wirfst das Wort Akira hin, boah, Akira voll geil, aber irgendwie redet doch keiner drüber. Das ist manchmal echt schwierig. Aber man muss dazu sagen, ich glaube, viele Leute wollen das trotzdem irgendwie zu Hause im Regal stehen haben, weil sie einfach oben die legendäre Natur dieser Franchise wissen. Also auch wenn, na gut, man muss auch dazu sagen, dass die Neuauflage von Ghost in the Shell bei uns erschienen ist. Das ist ja auch schon wieder Jahre her. Das war ja auch damals der ungefähr zeitliche Dreh mit der Erscheinung des Films. Also diese Verfilmung mit Scarlett Johansson kann man von halten natürlich, was man möchte. aber so um den Dreh kam das ja bei uns raus. Das heißt, da war schon noch ein bisschen Wirbel auch um dieses Produkt herum oder um diese Franchise und klar, jetzt ist das wieder abgeflacht, aber Tatsache ist trotzdem, dass sich das ganz wunderbar verkauft hat, gerade auch diese Neuauflage, weil halt die Leute sich wahrscheinlich einfach gesagt haben, geil, jetzt gibt es nochmal ein richtig neues Ding, was auch, glaube ich, nicht mehr zensiert ist. Ich glaube nämlich, die alte Deutsche war zensiert. Da war die Seite mit den sexuellen Handlungen war entfernt worden oder sogar zwei und das ist dann in der Neuen natürlich komplett drin und dann hast du einfach ein schönes rundes Produkt. Das ist ja auch nur ein Buch. Also es gibt zwar zwei und 1.5 und so, aber an sich ist es ein Buch erst mal und das stellst du dir einfach gerne ins Regal, weil du einfach weißt, was das für ein legendäres Ding ist. Ja, klar. Also kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Also ich bin da auch so einer von, ich will, wenn es geht, auch diese ganzen legendären Sachen auch irgendwie mal haben, auch einfach mal gelesen haben. Wie ist das denn bei den Allgemeinlizenzen? Du hast jetzt nur von den Eggman-Lizenzen gesprochen. Hast du irgendeine Lizenz, wo du sagst so, okay, das ist jetzt auch eine, die ist bei einem anderen Verlag erschienen oder die ist in Japan und die gibt es hier vielleicht noch gar nicht. Nicht, dass du jetzt irgendwas spoilerst von Eggman, aber hast du da auch noch eine? Ja, also ich kann auf jeden Fall erst mal, weiß ich, ich sollte jetzt nicht Eggman-Lizenzenzen sagen, aber ich möchte noch mal kurz einwerfen, dass gerade, glaube ich, eines meiner absoluten Babys, so, was ich, was ich absolut liebe, ist Stravaganza. Das ist so ein Fantasy-Titel, der mit auch sieben Bänden abgeschlossen ist und das Artwork ist so schön und die Story ist so klassisch irgendwie und trotzdem so unique und mit ein bisschen edgy und keine Ahnung, es ist ein ganz, ganz solides, rundes Produkt, was mir auch gerade sehr am Herzen liegt und was sich irgendwann bestimmt in die Reihe meiner Favoriten einreihen wird. Das sei noch, das sei noch kurz gesagt. Ansonsten, was ich sehr gerne lese oder gelesen habe, ist natürlich Berserk. Das ist, glaube ich, das ist, wer das nicht zu seinen Favoriten zählt, what are you even doing? Rest in Peace, Mura-Sensei. Das ist, das ist eine ganz, das ist eine ganz großartige Reihe, die einfach jeder gelesen haben muss. Einer meiner absoluten Favoriten ist auch 20th Century Boys. Erscheint bei Panini. Finde ich, finde ich absolut grandios. Dann habe ich jüngst noch gelesen Keine Cheats für die Liebe von Ultraverse, den ich auch sehr, sehr lustig finde. Genauso wie After the Rain. Also eigentlich gar nicht so, vielleicht hätte man jetzt eher bei mir Goblin Slayer oder so erwartet, aber tatsächlich waren, ist das glaube ich so, könnten meine beiden, beiden Lieblingslizenzen erstmal sein von Ultraverse. Die finde ich, die finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und was habe ich denn immer? Ach so, natürlich Jigokuraku, wie heißt er denn auf Deutsch? Hell's Paradise, glaube ich, heißt er, ne? Okay, ja. Absolut geiler Titel. Also bei Kaze erscheint er, wenn ihr Hell's Paradise noch nicht gelesen habt, lest ihn mal. Das ist ein fantastischer Manga, den ich auch unbedingt machen wollte. Und naja, wir haben halt die Lizenz nicht bekommen, sondern Kaze. Und das weiß ich noch. Ich habe den halt schon vor, keine Ahnung, Jahren auf jeden Fall. Da war gerade der erste Band raus. Hatte ich den aus Japan mitgebracht und ja, habe gesagt so, ey, wir müssen dieses Ding machen. Da war ich noch gar nicht Redakteur. Habe ich diesen Band aus Japan mitgebracht zu Egmont und habe gesagt, ey, lass uns dieses Ding machen. Das ist so ein fettes, fettes Ding. Da hat jahrelang keiner auf mich gehört und dann waren irgendwann, keine Ahnung, sieben Bände oder so raus. Ich weiß auch nicht. Und dann hatte Kaze die Lizenz. Naja, das ist trotzdem toll. No bad blood. Also, ich bin da echt, ich bin da echt überall quasi unterwegs, verwachstechnisch. Okay. Ist cool, dass du das so weit jetzt gefächert hast und Strava Gansa zum Beispiel habe ich selbst auch noch gar nicht gelesen. Den hatte ich noch immer so, ich habe immer so eine Liste, wo alles so ein bisschen auf dem Schirm ist, nochmal Recherche und da steht der noch mit drauf und ich habe es immer noch nicht recherchiert. Aber da du ja jetzt Werbung gemacht hast, vielleicht rutscht der ein bisschen. Das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch. Wie schaut ihr denn eigentlich auf Lizenzen? Ich weiß, du darfst da nicht so hundertprozentig wahrscheinlich in die Transparenz gehen, aber ist es so, dass ihr allgemeine Recherche macht? My Anime List, ihr geht auf Anisearch, ihr geht auf, keine Ahnung, auf irgendwelche japanischen Seiten und dann sucht ihr alles zusammen und dann sagt ihr, hey, das ist das, was wir uns gerne mal angucken wollen und dann gehen, also, mit vier Leuten, mit fünf Leuten, wie diskutiert ihr sowas? Das ist echt ganz, ganz unterschiedlich. Also, du hast schon sehr, sehr viele wichtige Sachen genannt. Also, um nochmal kurz zu den, zu den anderen Sachen von vorhin zurückzukommen. Ja, wir kriegen oft Mails, die uns Lizenzen empfehlen. Sowas gucken wir uns natürlich auch an, gerade wenn das Lizenzen sein sollten, die sehr viele Stimmen bekommen. Dann, dann rutschen die bei uns. Wie auf deiner Liste rutscht das dann so ein bisschen höher. Und gleichzeitig ist es natürlich so, dass wir auch immer in so, ja, ich sag mal, schubweise suchen wir auch manchmal Lizenzen. Wir sind natürlich nicht nur irgendwie kurz vor Programmschluss, oh scheiße, wir brauchen noch Lizenzen. Aber es gibt natürlich Phasen, da konzentriert man sich sehr krass auf die Arbeit, die man machen muss. Dann gibt es wieder Phasen, da hat man so kleine Momente des Leerlaufs. Dann guckst du plötzlich da eher vermehrt nach Lizenzen und so. Und dann, wirklich, da wird alles abgegrast. Da guckt man beispielsweise, ach, wie sie alle heißen, MyAnimalist, Manga-Updates und so weiter. Diese ganzen Seiten durchforsten wir natürlich sehr, sehr gerne. Ich glaube, das machen auch die meisten, das ist sicher kein Geheimnis. Ich persönlich entdecke zum Beispiel, das ist bei meinen Kolleginnen wahrscheinlich weniger der Fall, aber ich persönlich entdecke auch oft Lizenzen über Twitter. Also ich folge auch japanischen Twitter-Accounts oder bin generell irgendwie auch viel auf dem japanischen Twitter unterwegs und lese dann da irgendwie, keine Ahnung, von irgendwie ganz, ganz frischen Lizenzen, die da irgendwie noch relativ beliebt sind oder einfach für mich interessant aussehen. und dann sage ich mir einfach, hey, lass doch da mal irgendwie ein Band von bestellen oder beim Lizenzgeber anfragen, je nachdem und dann gucke ich da mal rein. Also so kann das auch funktionieren. Dann gleichzeitig natürlich die Magazine, die darf man nicht vergessen, die sind natürlich nach wie vor von großer Wichtigkeit. Da haben wir Unmengen davon im Büro. Also wir haben auch tatsächlich noch sehr viele von diesen physischen, diesen fetten Manga-Magazinen, wie man sie in Japan kennt, haben wir sehr viele einfach bei uns im Verlag, die wir auch halbwegs regelmäßig durchforsten und dann einfach da gucken, hey, was startet Neues, Interessantes, was geht hier ab und gibt's hier Lizenzen, die für uns interessant wären. Da gibt's ja jetzt, will gar nicht direkt auf die Lizenz eingehen, dazu musst du ja auch so gar nichts sagen. Es gibt ja eine Lizenz, die derzeit extrem angefragt wird, die nennt sich Tokyo Revengers, hast du ja bestimmt schon mal gehört. Klar. Die ist ja jetzt auch schon extrem weit. Ich glaube, 22, 20 Manga, ich weiß gar nicht, ich hätte auch gesagt 22. Ich glaube auch, 22 Manga. Anime ist jetzt angelaufen, Hype ist gerade da, Hype eventuell weg. Wie siehst du das jetzt im Allgemeinen, nicht auf Tokyo Revengers jetzt bezogen? Würdest du jetzt sowas sagen, das ist kritisch, wenn man so ein Ding jetzt nochmal 2022, äh, doch, 2022, ich wusste grad nicht, in welchem Jahr wir sind. Ich find's auch immer wieder, ich find's auch immer wieder, verwirrend. Ja, dass man jetzt so sagt, 2022 bringt man jetzt so ein Ding noch raus, wo vielleicht dieser Anime-Hype weg ist, plus das Ding ist 22 Bände lang, ist sowas schwierig, wenn man das jetzt als allgemeine Lizenz mal sieht? Genau, also man muss immer so ein bisschen, man muss immer ein bisschen die richtige Zeit treffen, zum Beispiel, ich hab das Gefühl, bei Chainsaw Man, es ist uns wunderbar gelungen, also wir haben irgendwie genau die Hype-Phase auch erwischt, so, also man liest ja auf Social Media nichts mehr anderes gefühlt, auch alle Cosplayer, gibt's noch irgendjemanden, der noch andere Sachen cosplayt, außer Chainsaw Man? Und wenn ja, why? Aber es ist da einfach, gerade jetzt auch noch mit der Ankündigung des Anime und so, das passt alles sehr schön zusammen. Gleichzeitig haben wir aber auch Lizenzen im Programm wie Kaguya-sama wa Kukura Satai, also hier Love is War. Und das ist natürlich auch eine Lizenz, die haben wir eingekauft, ich hatte, glaube ich, 15, 16 Bände, als wir die Lizenz angeboten haben, mindestens. Und da war das Ding ja auch eigentlich schon Hype-technisch wieder ein bisschen durch, muss man sagen. Der Anime, den gab's schon und ja, wie gesagt, mit 15 bereits erschienenen Bänden ist der Hype natürlich etwas flacher als zuvor. Und trotzdem haben wir einfach dieses Risiko gewagt, weil er immer wieder, das war auch so eine Sache, die immer wieder von den Fans angefragt wurde und da haben wir einfach gesagt, okay, weißt du was, es fragen einfach immer noch so viele Leute dieses Ding an, wollen wir es einfach riskieren an sich? haben wir doch alle das Ding angelesen und fanden es doch alle eigentlich ganz geil. Wollen wir es wagen und dann haben wir es gewagt und jetzt läuft er gut. Also es ist doch super. Also es kann auch durchaus ein Zeichen dafür sein, dass man Dinge manchmal riskieren muss, aber es ist halt absolutes Orakeln. Das heißt, natürlich gibt es bei solchen Titeln mehr Zurückhaltung. Wenn man jetzt sieht, oh, jetzt ist gerade in Japan der Anime-Hype da, wir brauchen noch mindestens, selbst wenn wir die Lizenz sofort bekommen, brauchen wir noch mindestens ein halbes Jahr, bis die ersten Bände auf Deutsch erscheinen. Wollen wir es riskieren und wie machen wir es? Und dann Tokyo Revengers, diese ganze Hakenkreuz-Sache, wie macht man das nochmal? Und das ist natürlich dann ein extra komplizierter Titel, vor allem einer, der schon 22 Bände hat. Da kommt natürlich vieles zusammen, denn je mehr Bände so ein Ding hat, desto schwieriger ist das halt, das Ding auch einzukaufen, weil wenn das Ding dann floppt, was machst du mit den restlichen 18 Bänden, die du noch veröffentlichen musst? So, deswegen, ja, ich verstehe, wir alle wollen Kingdom lesen, aber was ist, wenn das Ding floppt und du hast die Serie an der Backe, ja? Also das Problem ist und in der Hinsicht natürlich nur das Problem ist, dass man heutzutage eigentlich nicht mehr abbricht oder abbrechen möchte. Das ist einfach, glaube ich, auch der Tatsache geschuldet, dass mittlerweile fast nur noch Manga, leidenschaftliche Manga-Fans in den Redaktionen sitzen und die einfach alle mal auf der anderen Seite des Zauns waren und wissen, das ist scheiße, wenn Sachen abgebrochen werden. Dann versucht man, sich anders zu behelfen und ja, was machst du dann aber mit einer Serie, die halt sehr, sehr viele Bände hat? Ich meine, man hat es ja gesehen, wie lange es gedauert hat, bis Jojo's Bizarre Adventure angekündigt wurde, weil da waren es genau dieselben Vorbehalte und das behaupte ich jetzt einfach mal, aber Micha hat das ja auch schon mal ähnlich formuliert, meine ich und genau so ist es dann bei sowas. Also du kannst halt super krass am Hype vorbeischrammen und dann hast du ja viel zu viele Bände an der Backe und ja, es ist immer die Frage, wie viel man riskieren will. Das ist ja auch so, ich weiß gar nicht, wie viele Einblicke du da hast, aber das kriegst du ja wahrscheinlich auch mit. In Frankreich ist ja der Manga-Markt noch eine Nummer größer und da gibt es ja diese Lizenz alle. Es gibt ja zum Beispiel, du hast es jetzt gerade angesprochen, Kingdom gibt es ja nicht mal auf Englisch, das ist ja das Geile, aber Frankreich bringt einfach ein Kingdom raus. Glaubst du, dass wir irgendwann mal da ankommen, wo Frankreich gerade ist? Naja, ja, also erstmal hat Frankreich natürlich mehr Einwohner als Deutschland und man muss dazu sagen, allein durch die franco-belgische Comic-Kultur hat Frankreich einfach einen anderen Stand, was Comics angeht. Also in Frankreich wird das Medium Comic an sich ganz anders gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss mit teils heute noch anhören, dass das eigentlich alles ein total lächerliches Kindermedium sei. Du hast in Deutschland immer wieder den verrufenen Comic und gerade auch beim Manga nochmal, was ja dann immer, da wird immer so eine leicht sexualisierte Komponente unterstellt, deswegen habe ich auch vorhin so im Scherz gesagt, chinesische Sexhefte, weil ich komme aus den tiefen Bayerns, da weiß man nichts über Asien, Japan, Manga oder Kultur und dann musst du dir halt sowas immer anhören und ich glaube, das wird sehr, sehr schwer, das aus den deutschen Köpfen rauszubekommen, so eine Einstellung. Kann ich mir vorstellen, dass es klappt und ich habe auch den Eindruck, dass zum Beispiel jetzt Manga schon deutlich gesellschaftsfähiger geworden ist als vor zehn Jahren noch oder zwanzig gar, aber dass wir auf einem Stand sind, wie es gerade in Frankreich der Fall ist, davon sind wir noch ganz, ganz weit entfernt meiner Meinung nach und ich glaube auch, dass wir da einfach kulturell sehr große Schwierigkeiten haben werden hinzukommen. Okay. Cool. Ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sage. So cool ist es leider gar nicht. Ja, aber es ist perfekt, perfekt aufgearbeitet, aufgesagt sozusagen. Ich habe das nicht ausführlich gesagt. Ja, das wollte ich jetzt nochmal sagen. Genau, sorry, so wollte ich das jetzt auch gar nicht ausdrücken. Ich fand das, so hätte ich es jetzt eigentlich auch gar nicht ausfüllen können, also so detailliert. Ich fand das mega cool. Ist bei mir nämlich genauso. Damals schon angefangen, ich sammle ja seit 1999 Manga, als Dragon Ball rausgekommen ist und da war das auch immer schon in der Schule wie, was liest du denn da und so, da hat das schon angefangen. Ich habe jetzt letztens in der Community mal rumgefragt, auch die Jüngeren, 13, 14, 15-Jährige, wie das bei denen so ist. Da ist es immer noch teilweise so, wobei ich es gar nicht verstehen kann, durch dieses ganze Netflix-Thema Crunchyroll kommen ja auch die ganzen Animes so nach und nach noch mehr an den Mann, dass man dann sagt, okay, die sind jetzt wirklich gesellschaftsfähiger geworden und die haben da einen großen Verdienst, glaube ich, dran, dass das dann auch leichter an den Mann kommt, weil du bezahlst ja nur 10 Euro und dann kannst dir so viel Anime angucken, wie du willst. Das ist ja dann, die Hürde ist ja dann auch geringer und ja, ich hoffe doch und dann irgendwann, wie du es schon gesagt hast, in Kingdom würde ich auch gerne nochmal lesen. Es gibt so viele Serien, glaube ich, die eben gerade beschränkt durch diese Hürden, von denen ich gerade schon gesprochen habe, einfach dem deutschen Markt erstmal noch verwehrt bleiben. Aber ich meine, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, mal gucken, was die nächsten Jahre so bringen. Ja, ich denke auch mal, dass wir irgendwann nochmal, das kann ja sein, so Slam Dunk oder dergleichen, das ist ja damals abgebrochen worden mit acht Bänden, dass man irgendwann wirklich dann nochmal sagt, so nach fünf oder zehn Jahren und sagt, wie ihr es jetzt gerade macht mit Mila Superstar zum Beispiel, wo wir gleich auch nochmal drauf eingehen werden, dass man dann einfach das Ding bringt und dann läuft das, weil jetzt ganz viele Leute drin sind, die lesen dann auch mal endlich Sport und die sind da angetan und sowas. Vielleicht ist die Zielgruppe gerade noch nicht da. Also Sportmanga sind ja sowieso gerade nochmal das Stichwort, aber man sieht es ja jetzt trotzdem auch an beispielsweise Serien wie Haikyuu, dass der deutsche Markt mittlerweile auch Sportmanga verkraften kann. Das muss nicht heißen, dass jeder Sportmanga gut aufgenommen wird, du kannst dich mit Slam Dunk immer noch auf die Fresse legen, aber trotzdem ist es natürlich wahrscheinlicher geworden, dass sich Leute da nochmal ran trauen an solche Serien. Ganz klar. Ja. Habt ihr eigentlich auch auf Blue Lock geboten? Brauchst du was sagen? Nein, solche Sachen darf ich nicht sagen. Ganz viele Leute haben da drauf geboten und Kaze hat einfach den Zuschlag gekriegt und die sind jetzt der King im Game sozusagen. Ja, Kaze möchte ich auch sowieso nochmal direkt ans Bein pissen hier im Stream. Die kriegen ja Lizenzen für alles, voll unfair. Die haben in letzter Zeit echt krasse Lizenzen gekriegt, wenn du dir so guckst, E-Stars, Hell's Paradise, Bright Sun, was komischerweise nicht läuft, was ich nicht verstehe und da gibt es ja noch ganz viele andere Lizenzen, die Spy Family und so weiter. Da sind ja richtig krasse Sachen bei. Ich bin auch total froh, weil Spy X Family und Chainsaw Man war ja so ein bisschen zur gleichen Zeit ein Thema, auch Lizenzangebotstechnisch und ich hatte schon Angst, dass eines Tages die Mail kommt, also es ist ja auch vom gleichen Verlag, es ist beides von Shweisha und ich hatte schon mega Angst, dass eines Tages die Mail kommt von Shweisha und sagt so, nee, wir haben alles Kasee gegeben, fickt euch, Egmont. Und, oh, darf man ficken im Internet sagen? Ich hoffe. Und, genau, da hatte ich richtig Angst und ich war natürlich ein bisschen sad, dass zum Beispiel Spy X Family, ich meine, klar, da hat jeder drauf geboten, ist ja klar, dass das, dass das, dass das irgendwie, dass das ein Beliebtes war, war ganz klar und ich hatte, wie gesagt, die Angst, dass halt alles irgendwie komplett weggeht, deswegen war ich aber dann ein bisschen getröstet, dass wenigstens Chainsaw Man bei uns gelandet ist und ohne jetzt Spy X Family schlecht reden zu wollen, weil Spy X Family ist ein großartiger Manga, ich habe allerdings bisher nur den ersten Band gelesen, sorry, aber ich finde Chainsaw Man persönlich einfach besser, deswegen bin ich auch mit dieser Verteilung sehr, sehr zufrieden. Ich habe auch teilweise Probleme mit Spy Family, will ich aber jetzt auch nicht darauf eingehen, weil ich finde, die Charaktere sind extrem krass, aber die Story dahinter ist so 0 nach 15, für mich persönlich jetzt, also da passiert nicht viel, das ist wirklich einfach nur, da tragen die Charaktere das ganze Ding und das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, aber dennoch ein recht guter, also ein echt guter Manga, also will das gar nicht schlecht reden deshalb, aber deshalb habe ich da so teilweise meine Probleme mit. Ihr habt im zweiten Halbjahr 22 Neueinkündigungen gemacht, ich glaube, ich habe richtig gezählt, da waren ganz viele Sachen mit dabei, ich habe jetzt nur mal ein paar aufgeschrieben, unter anderem Nummer 6, Nummer 6 als Luxury Edition. Ihr habt jetzt ja auch noch mal A Silent Voice, den habe ich hier sogar noch, habt ihr auch als Luxury jetzt noch mal neu rausgebracht, kommt ihr, ich glaube, im nächsten Monat kommt dann auch der zweite Band dann noch dazu raus. Ist es jetzt öfters mal so, dass ihr zu solchen Sachen Luxuries raushaut, kann das doch mal sein, dass zum Beispiel für Nana oder andere Werke sowas eigentlich noch mal passieren könnte? Klar, also man muss dazu sagen, es ist erst mal ein Experiment gewesen, ganz am Anfang. Unsere erste Luxury Edition war Another plus Zero, dann war dann auch noch dieses Zusatzkapitel dabei, was es in den Einzelbänden nicht gab und es lief halt echt richtig, richtig gut. Und wir haben uns gesagt, wow, warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht? Und dann haben wir erst mal geguckt, hey, welche Serien sind denn erfolgreich gelaufen? Welche Serien werden auch immer wieder regelmäßig nachgedruckt? Das heißt, da ist ständige Nachfrage da. Was bietet sich da noch an? Und es war immer erst mal der Anspruch, dass das in ein Buch passen soll. Und das haben wir dann auch mit mehreren Titeln gemacht, wie, keine Ahnung, Chromebreaker, Bibliotheca Mystica, auch Biomega sogar. Und das lief auch alles ganz wunderbar. Gleichzeitig hat man aber auch gemerkt, es gab sehr viele Anfragen, auch von den Fans, Seiten Social Media aufmessen und so weiter. Wie sieht es denn aus mit einer Luxurydition zu Serie XY? Und du hast gemerkt, das sind ja überhaupt keine einbändigen Serien, also die in einen fetten Band passen würden, sondern das sind Serien, die würden locker in drei, drei Bänden erscheinen müssen, weil sonst wird das Ding zu dick, bricht die auseinander und die Bindung hält nicht mehr, die Buchbindung hält physikalisch das Buch nicht mehr zusammen. Und dann haben wir uns irgendwann auch mal daran versucht und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was unsere erste mehrteilige Luxurydition gewesen ist. Das könnte Jobitz gewesen sein, ich bin mir aber nicht sicher und haben gemerkt, wow, das kommt mega gut bei den Fans an. Die finden das trotzdem geil, von ihren Lieblingsserien einfach eine schöne, hochwertige Hardcover-Ausgabe zu haben. Und deswegen haben wir uns dann auch vorgewagt, jetzt in den Bereich von beispielsweise Number Six, Silent Voice und so, wo dann eben auch mehrere Bände einer Luxury-Edition erscheinen, was durchaus den Nerv vieler Fans zu treffen scheint. Das muss man ja nicht kaufen, weil man kann sich auch die Einzelbände kaufen. Gerade bei sehr vielen Titeln, die dann eben sehr erfolgreich sind und Luxury-Editions bekommen, ist es nämlich so, dass die Einzelbände noch genauso verfügbar sind. Das heißt, wir pressern niemanden, irgendwie eine teure Hardcover-Ausgabe zu kaufen. Das ist ja alles komplett freiwillig. Wenn du jetzt so Sachen ansprichst wie Nana, also Nana ist natürlich auch ein bisschen ein schlechtes Beispiel, weil das ja auch wie Verga Bond zum Beispiel eine abgebrochene Serie ist und da ist man so als Verlag natürlich ein bisschen vorsichtig. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der redaktionelle Anspruch, dass man sagt, wir wollen einfach ein vollständiges, abgeschlossenes Produkt veröffentlichen. Und dann konzentriert man sich vielleicht auf andere Titel, aber dass es durchaus mit älteren Reihen auch passiert, ist gar nicht unwahrscheinlich. Wir gehen ja jetzt zum Beispiel Number Six auch schon mal ein ganz schönes Stück zurück und es ist nicht gesagt, dass man nicht noch weiter zurückgehen würde oder dass man es gleich wie bei Mila zum Beispiel macht und sagt so, hey, wir haben diese Lizenz nie als Tankobon, also als diese kleinen, dünnen Heftchen veröffentlicht. Wir machen jetzt einfach sofort eine Luxury Edition, weil das eh so ein Kultding ist, dass man jetzt einfach mal in so einer schönen, hochwertigen Sammelausgabe haben sollte. Also beide Varianten. Ja. Ich finde das mega interessant, dass ihr Mila Superstar gebracht habt. Das war eine Ankündigung, damit hat irgendwie ja gar kein Mensch gerechnet. Ich weiß gar nicht, ob irgendwer da eine Idee hatte, dass man Mila Superstar bringen würde. Damit bin ich groß geworden. Ich weiß gar nicht, wann das Ding lief, als auf RTL 2 oder Kabel 1 sogar. Also richtig. Ich meine RTL 2. RTL 2 sogar, okay. Dann war das auf jeden Fall einer der allerersten. Mir darf auch ja keiner den OST vorsingen, sonst habe ich richtig das Problem. Wie die Sonne über Fujiyama, Alter. Ja. Wie kam es, ich weiß nicht, ob du das schon mal erzählt hast, sonst habe ich es irgendwie nicht mitbekommen, aber wie kam es dazu, dass man Mila Superstar macht und kann es mal sein, dass ihr, also die Reihe ist jetzt auch nicht lang, aber kann es sein, dass ihr nochmal so richtig, wenn ihr sagt, Mila Superstar läuft jetzt, dass ihr nochmal so einen richtig krassen Klassiker bringt. Absolut. Also das ist ja jetzt auch quasi ein Experiment, das haben wir, glaube ich, auch schon mal an anderer Stelle betont. Also wenn wir zum Beispiel merken, dass das Mila Superstar, dass das auch einen Nerv trifft, dass Fans das lesen wollen, dass Fans durchaus Interesse an Manga aus den 70ern beispielsweise haben oder vielleicht aus den 80ern, was weiß ich, es muss nicht auf ein Jahrzehnt beschränkt sein, aber an alten Titeln, die eigentlich in Anführungszeichen keiner mehr auf dem Schirm hat, wo sich aber doch irgendwie auch jeder fragt, warum ist das denn eigentlich nie bei uns erschienen? Und das kann durchaus dann natürlich dazu führen, dass wir dann sehen, so okay, die Käuferschaft ist da, lass uns doch auch noch Titel XY bringen. Also das ist ja ganz logisch und das ist jetzt nicht nur natürlich rein unternehmerisch gesprochen, wir haben natürlich auch einen redaktionellen Anspruch dahinter, weil wir erstens alle natürlich auch privat, also ich bin zum Beispiel ein großer, großer Fan, alter Manga, lese super gerne diesen ganzen Oldschool-Shit, von dem es in Deutschland ganz, ganz wenig gibt, aber wo man sich in der Vergangenheit immer gesagt hat, oh du, nee, das ist viel zu alt, das ist auch gar nicht so gezeichnet wie moderne Manga, ich glaube, die Leute haben da gar keinen Bock drauf und jetzt dachten wir uns dann aber irgendwann so, ja, keine Ahnung, wollen wir es nicht mal mit so einem alten Schinken versuchen? So, was gibt es denn da Interessantes? Und dann sind wir halt irgendwann auf Mila gekommen und dachten uns so, ja, naja, jeder in Deutschland mit aufgewachsen, der irgendwie einen Fernseher hatte und der so in unserer Generation mit Manga und Anime sozialisiert wurde, der hat doch eigentlich Mila gesehen, das war doch ganz klar, da bist du nicht dann vorbeigekommen und warum ist dieses Ding eigentlich nie in Deutschland erschienen? Ja, ganz klar, weil damals war der Manga-Markt erstens noch super klein, da ist nicht alles in Deutschland rausgekommen und selbst da war das Ding schon ziemlich angestaubt. Das ist ja bei uns in den 90ern gelaufen und das war dann ja schon trotzdem 20 Jahre alt, der Manga. Also deswegen muss man dazu sagen, das ist nie eine selbstverständliche Entscheidung gewesen und wir haben dieses Risiko jetzt gewagt, weil wir auch der Meinung sind, das ist einfach ein rundes Produkt oder dass wir ein rundes Produkt daraus machen können und die Resonanz der Fans war ziemlich positiv, sozial medial und wir hoffen einfach mal, dass sich das halt auch in den Verkaufszahlen niederschlägt, weil man dann auch durchaus in Richtung von Manga auch wie Slam Dunk oder so ja mal denken kann, weißt du, dass du irgendwie siehst so, hey, die Sachen, die früher in tausend Jahren nicht gelaufen werden, ich meine, Mila ist ja im weitesten Sinne auch ein Sportmanga, dass die in tausend Jahren nicht gelaufen werden, die laufen jetzt. Guck mal, der Markt hat sich verändert, wir können viel freier experimentieren, als es früher der Fall war und das gibt uns natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, Lizenzen auf den Markt zu bringen, die früher niemals möglich gewesen wären. Ja. Ein cooles Beispiel ist da, ich weiß gar nicht, ob du den gelesen hast, aber du wirst den wahrscheinlich auch kennen, will den einfach nur als Namen mal reinwerfen, weil die Reihe auch gar nicht so lang ist, aber auch schon älter ist, zum Beispiel ein Devilman. Mhm. Das sind auch so Sachen, wo ich auch so denke, das Teil, das wäre vielleicht in einem Hardcover oder so, es gibt es ja im Hardcover, zwei Bände ist das Ding ja durch, ist halt auch ein ewiger alter Schinken, aber das Teil ist auch nie erschienen zum Beispiel, das wäre ja auch so. Aber genau von diesen Titeln reden wir natürlich, weil auch Devilman, der Zeichenstil, also wenn wir wirklich auch vom Ur-Devilman, Devilman reden, da gibt es ja auch zahlreiche Ableger und es gab ja auch neue Anime wie Devilman Crybaby und so, ganz grandios übrigens, aber das Ur-Ding, das ist ja auch richtig angestoppt, wann ist der Original-Devilman erschienen in den 60ern? Also ich glaube in den 60ern, müsste ich jetzt lügen, ich weiß es nicht genau, und genau von solchen Titeln hat man sich ja eigentlich immer ferngehalten, weil man sich gesagt hat, Junge, wir brauchen, wir brauchen Isekai, der geil aussieht und zeitgemäß gezeichnet ist und am besten, keine Ahnung, sagen irgendwie die Charaktere auch Instagram und Snapchat oder so, damit junge Leute sich damit identifizieren können oder sonst was. Völlig vernachlässigend, dass sich der Manga-Markt ja auch krass ausgeweitet und weiterentwickelt hat. Und ja, wie gesagt, genau dieses Experiment ist jetzt Mila und wenn wir sehen, dass das gut läuft, kann das durchaus Tür und Tor für weitere alte Lizenzen öffnen. Ja, da bin ich echt gespannt drauf. Also, was das noch gibt und wie die Lizenz dann auch auf dem deutschen Markt dann so angenommen wird, ist natürlich dann auch schwierig, weil es dann teilweise vielleicht auch Sport ist, aber das ist ja auch, ich finde, Mila ist so ein bisschen auch psychological, finde ich irgendwie, weil das Gespannung zwischen Mila und ihrem Lehrer da und so weiter ist, die wird ja ... Ja, und Slice of Life natürlich auch. Es ist jetzt nicht so krass wie zum Beispiel Slam Dunk. Ja. Und das gebe ich vielleicht noch kurz mit. Also, es gibt sicherlich super viele Leser wie mich da draußen auch, die jetzt zum Beispiel sagen würden, Mila Superstar ist jetzt nicht unbedingt echt das, was ich mir gewünscht hätte. Ich hätte irgendwie Slam Dunk mehr gefeiert oder ich hätte Devilman mehr gefeiert oder sonst irgendwas. Gleichzeitig muss man dazu sagen, wenn ihr zum Beispiel auch ein ungefähres Interesse an so ein bisschen Manga-Geschichte habt oder quasi was irgendwie auch vielleicht den deutschen Mangamarkt mitgeprägt hat, da mal reinzuschnuppern, dann holt euch das Ding und schaut da mal rein. Ihr müsst ja auch nicht jeden Band kaufen, aber ihr könnt damit auch irgendwie uns unterstützen und zeigen so, hey, das Interesse ist da an so älteren Kram. Ich will jetzt wie gesagt niemanden dazu bequatschen, Mila zu kaufen, obwohl es ihn überhaupt nicht interessiert. Aber wenn ihr sagt so, hey, Manga-Geschichtlich interessiert mich das so ein bisschen, dann schaut doch vielleicht einfach mal rein. Das finde ich eh spannend, so dieses ganze Manga-Geschichtliche. Ich bin sogar jetzt vor zwei Monaten ungefähr auf diesen Tezuka-Tunnel aufgesprungen, wo ich jetzt sage, ich fange jetzt an, Tezuka zu lesen und da ist ja, du blätterst in den ersten Manga rein und denkst dir so, was ist das denn bitte? Hat so alles seinen Sinn, verstehe ich auch. Komm damit jetzt voll klar, also bin da voll drin, mich habe am Anfang total abgeschreckt und da kann ich auch immer nur sagen, ist wie bei Parasite, falls du Parasite mal dann auch gelesen hast, der sieht auch nicht so hundertprozentig geil aus, man merkt dem das Alter an, aber da steckt so viel hinter und ich finde das halt echt geil. Also wenn man, man ist da ein bisschen von dem Anime dann so ein bisschen so, oh, der Anime, der sah richtig geil aus und jetzt geht man auf den Manga zurück und dann denkt man sich, boah, aber ich kann es auch jedem nur empfehlen, alle da draußen, ihr müsst dann auch mal alte Werke lesen, wo die Zeichnung vielleicht nicht das allergeilste ist, aber der Inhalt ist dennoch halt gegeben und verspricht halt extrem viel. Und vor allem kann man sich auch trotzdem, finde ich, so ein bisschen an die Zeichnungen gewöhnen. Ja. Also es ist nicht so, dass das einen das ewig abfacken wird. Ich glaube, ab einem gewissen Punkt lernt man die auch zu schätzen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir hatten es schon am Anfang angesprochen, das Thema Nachdruck. Print on Demand hattet ihr schon mal drüber gesprochen. Ist ein Thema, was jeder Verlag irgendwie so mal ein bisschen aufgreift. Will ich auch schon wieder gar nicht aufgreifen, weil es ist ein schwieriges Thema, wie man das kalkuliert und so weiter. Wie ist es denn im Allgemeinen? Ich habe jetzt gestern, das ist, ich kann das, also muss ich ganz ehrlich nochmal sagen, ich komme aus dem Wirtschaftsbereich, ich bin ja nicht hauptberuflich Manga-Tuber, ich habe den wirtschaftlichen Hintergrund und so weiter und ich weiß, was das Ganze für Auswirkungen hat, wenn man eine längere Reihe hat, wo man sagen muss, man muss teilweise was nachdrucken. Manchmal ist es schwierig von den Kosten, jetzt gehen ja teilweise manche Verlage einen Euro höher oder 50 Cent höher, damit diese Druckkosten dann auch gewährleistet sind. gestern gab es wieder auf Instagram einen Livestream, wo dann schon wieder das Thema Eggmund zum Beispiel angesprochen wurde, direkt ihr seid da im Fokus und ein bisschen Shots feiert gegen euch, dass ihr dann sagt, so, wir haben schon wieder nichts nachgedruckt und ihr werdet dann so ein bisschen dargestellt, dass ihr dann die Bösen seid und das finde ich manchmal extrem schwierig und ärgerlich und ich kann das aus wirtschaftlicher Sicht einmal verstehen, aber du kannst noch mal natürlich das darstellen, dass ihr natürlich die Leute seid, die mit der Zigarette auf dem Balkon stehen und sich so denken, boah, jetzt habe ich den mal nicht nachgedruckt. Ja, wir ergötzen uns auf jeden Fall an eurem Leid, das möchte ich an der Stelle noch mal betonen, so quasi, also, Geld ist nur unsere Sekundärwährung, eure Tränen sind das, was uns wirklich interessiert. Nein, natürlich nicht, ich meine, ich war selber auch Manga-Leser, ich verstehe die andere Seite natürlich, wenn man irgendwie in den Laden geht und sieht so, ey, fuck man, seit zwei Monaten oder noch viel länger fehlt mir genau dieser eine Band in meiner Reihe, die ich sonst komplett hätte oder einfach in der Reihe, die ich weiterlesen wollen würde, warum wird dieser eine Band nicht nachgedruckt? Das kann doch überhaupt nicht sein, dass es so schwer ist, ein Buch nachzudrucken und ich laufe jede Woche als Schüler dann in meinen Comic-Fachhandel und frage so, habt ihr schon den neuen Band oder Band 18 von Blade of the Immortal oder so und die sagen so, nee, keine Ahnung, wissen auch nicht, wann der kommt so und ich gehe enttäuscht weg und frage nächste Woche nochmal und meine Frustration summiert sich natürlich auch irgendwie, deswegen kann ich gut verstehen, wie es sich anfühlt, auf der Leserseite zu stehen. Gleichzeitig ist es natürlich auch frustrierend, auf der Verlagsseite zu arbeiten, weil es eben nicht so ist, dass wir mit der Zigarette oder der fetten Zigarre auf dem Balkon stehen und, keine Ahnung, Blut aus den Schädeln unserer Feinde trinken oder sonst irgendwas, nein, wir versuchen natürlich echt, wir kalkulieren so krass schon tatsächlich und wir drucken auch schon so viel mehr nach, als es früher der Fall war, weil wir auch einfach mittlerweile einfach quasi entweder größere Risiken eingehen, weil wir einfach gelernt haben, anders zu kalkulieren, weil wir hier und da Abstriche gemacht haben, um quasi nachdrucken zu können, überhaupt, also man bringt so Opfer quasi, um mehr nachdrucken zu können und trotzdem schwemmt einem das Internet irgendwie immer nur so Hass vor die Füße, das ist manchmal, manchmal wirklich sehr frustrierend, weil eben genau so immer suggeriert wird, dass wir absichtlich nicht nachdrucken würden oder als hätten wir keine Ahnung, was wir tun und nur der Fan wüsste, dass beispielsweise Bände von Inuyasha fehlen. Also nein, natürlich nicht, also ich meine, erstens sind wir auch Fans, das dürfen wir nie vergessen, nur weil wir bei Egmont arbeiten, heißt das nicht, dass wir irgendwie plötzlich komplett geistlose Arbeitsdrohnen geworden sind, sondern wir sind einfach Manga-Fans, die halt glücklicherweise dafür bezahlt werden, mit Manga zu arbeiten. Aber wir sehen das natürlich genauso und krasserweise haben wir natürlich auch noch vertriebliche Einblicke in die Zahlen und Vorbestellungen und Nachbestellungen und also weißt du, wir haben ja, wir haben ja noch viel mehr, eben, also noch viel mehr detaillierte Infos als beispielsweise die Leser und Leserinnen da draußen. Und gerade deswegen ist es dann oft ein bisschen sad, wenn einem so halt komplette Dummheit oder Unfähigkeit unterstellt wird. Das finde ich dann ein bisschen schade und Nachdrucke sind halt einfach ein schwieriges Thema, das muss man leider sagen, denn klar, wir sind Teil eines großen Unternehmens, aber wir haben ja nicht dieses gesamte Unternehmensbudget zur Verfügung. Wir können jetzt nicht einfach sagen, hey, ihr Leute vom lustigen Taschenbuch, gebt mal euer Geld. So, wir geben das jetzt für Manga-Nachdrucke aus. So läuft das halt nicht in diesem Unternehmen. Man muss das schon so als einzelne Enklave für sich beachten. Das heißt, wir können nur Egmont-Manga-Geld ausgeben. Und das heißt, wir haben jeden Monat begrenzte Ressourcen für Nachdrucke zur Verfügung. Und diese Ressourcen, die gehen in erster Linie erstmal dafür drauf, dass beispielsweise solche riesigen Mengen an Chainsaw Man gerade nachgedruckt werden müssen, an Conan, an Sailor Moon und an anderen Reihen, die sehr, sehr gut laufen und die halt gerade laufen. Ihr bekommt das oft gar nicht mit, aber zum Beispiel, wir haben es halt jetzt geschafft, dass zum Beispiel Chainsaw Man 1 ist, glaube ich, in der vierten oder fünften Auflage. Ich glaube, in der fünften. Und ihr habt das nie mitbekommen, dass der wirklich nachgedruckt wurde, weil wir es quasi so vorauskalkuliert, erfolgreich so vorauskalkuliert hatten, dass es keinen Leerlauf gab, wo gar keine Bände verfügbar waren. Aber trotzdem wurde dieser Band halt schon fünfmal nachgedruckt, ohne dass er wirklich je weg war. Das bekommt man dann als Fan immer nicht so richtig mit, aber das heißt natürlich auch, dass fünfmal Nachdrucke davon bezahlt werden mussten. Genauso ist es halt bei Detektiv Conan. Das ist halt eine Reihe mit 99 Bänden mittlerweile. Und ja, offensichtlich muss halt bei 99 Bänden öfter mal was nachgedruckt werden, wenn das so beliebt ist. Und dann stehst du da und hast alles durchkalkuliert, die erfolgreichen Serien, die auf jeden Fall lieferbar sein müssen. Und sie ist so, oh, ja kacke, Inuyasha fehlt noch und folgende andere alte Titel fehlen noch. Und wir wissen natürlich auch, dass die gewünscht sind, aber die haben halt leider für uns dann in dem Rahmen nur eine sekundäre Wichtigkeit, weil wir auch tatsächlich mit sehr vielen dieser Nachdrucke schreiben wir rote Zahlen. Also da kostet uns der Nachdruck mehr und die Lagerkosten, als dass wir mit den Büchern einnehmen. Und auch wenn ich es mir als Manga-Fan persönlich wünschen würde, dass wir das einfach so machen könnten, ist es halt in einem Unternehmen dann scheiße, weil die Leute, die mit den Zahlen hantieren und das Management und was weiß ich, Leute, die quasi nur eine Excel-Tabelle sehen und sagen, hä, warum habt ihr das nachgedruckt? Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Ihr habt mehr Geld ausgegeben, als ihr eingenommen habt. Das habt ihr schlecht gemacht. Und das müssen wir halt leider vermeiden. Das ist der Fluch des Kapitalismus. Sorry, richtig krasser Monolog geworden jetzt. Ich finde das gut, wenn du das so transparent einfach mal ausholst. Ich finde das, ich weiß nicht, ob das eine Alternative wäre für solche Lizenzen, wie zum Beispiel so einen Inuyasha. Ich habe das jetzt bei Billy Bette gesehen, Billy Bette von Carlsen. Da kostet, glaube ich, der Einzelband kostet, glaube ich, 8,50 Euro und jetzt der Nachdruck kostet, glaube ich, 12,50 Euro. Ich glaube, die sind da komplett 4 Euro hochgegangen. Habt ihr sowas schon mal vielleicht kalkuliert? Also nicht, dass man nur so 50 Cent Sprünge oder 1 Euro Sprünge macht, sondern einfach mal nochmal eine Nummer mehr? Also du hast es ja vielleicht schon mitbekommen, tatsächlich diese kleineren Sprünge, so 50 Cent bis 1 Euro gab es schon bei uns. Das wurde auch tatsächlich sehr positiv aufgenommen. Da haben wir in der Vergangenheit auch ganz, ganz andere Erfahrungen gemacht, aber die Leute waren primär froh, dass es diese Bände wieder zu kaufen gibt und die haben halt gesagt so, oh geil, Toradora Band 4, ist mir egal, ob ich jetzt 7 oder 8 Euro zahle, Hauptsache ich habe dieses Ding endlich und muss nicht die 40 Euro zahlen, die das Ding auf Ebay kostet. Und da waren, natürlich gab es ein paar negative Stimmen, aber im Großteil war es positiv. gleichzeitig muss man bei Inuyasha sagen, da ist wieder ein bisschen das Problem, das ist, weiß es gar nicht, ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung, ich arbeite natürlich selber mit diesem Titel sehr wenig, aber ich glaube, er ist Großformat, er ist auf jeden Fall doppelt so dick und er hat vor allem Goldfolie vorne drauf. Und da ist schon wieder richtig schwer zu kalkulieren, weil Goldfolie, wahnsinnig, wahnsinnig teuer, so eine Veredelung eines Manga. Und wenn du jetzt beispielsweise nur ganz, ganz wenige Exemplare druckst, ist es natürlich noch teurer, weil je mehr du druckst, desto billiger wird es. Das ist halt einfach quasi das Gesetz der Rabattierung. Und wenn du ganz, ganz wenige druckst, zahlst du halt für jede Goldfolie eine horrende Summe. Und dann sagen aber natürlich viele, lass doch die Goldfolie weg. Gleichzeitig hast du von der anderen Seite aber Stimmen wie so, hä, nee, dann passt das ja nicht mehr zu den anderen in meinem Regal. Wie, lass die Goldfolie weg. Also weißt du, du hast so, das ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert und du müsstest tatsächlich den Preis deutlich erhöhen, der ja schon vorher, glaube ich, bei 12 Euro war, um diesen Band nachdruckmäßig zu kalkulieren. Ich finde das jetzt ganz interessant, dass mit Billy Bad, dass das eine so drastische Preiserhöhung war, hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Also wir können das sehr, sehr gerne mal mitnehmen. Tatsache ist auf jeden Fall, es ist nicht so einfach, wie man denkt, weil sehr viele Verlagsmechanismen damit reinspielen, die man halt als Fan nicht so auf dem Schirm hat, wie jetzt zum Beispiel eben eine Goldfolie oder ein anderes Format oder so, was es ungleichmäßig teurer macht. Und das ist aber durchaus eine Option, mit der wir schon vermehrt gearbeitet haben und jetzt auch in Zukunft vermehrt arbeiten werden. Das möchte ich auch an der Stelle nochmal betonen. Also nur weil wir jetzt in der Vergangenheit noch nicht Inuyasha nachgedruckt haben oder gesagt haben, dass es sehr schwierig ist, heißt das nicht, dass wir nicht daran arbeiten oder es nicht versuchen. Und wir können halt einfach nur um Geduld und Verständnis bitten, weil wir eben mit unseren sehr begrenzten Mitteln versuchen, irgendwas, das ist ein bisschen, als wenn wir MacGyver und also als sollten wir MacGyver sein und mit einer Stecknadel und keine Ahnung, eine Radiergummi, eine Atombombe bauen oder eine Bombe oder sonst irgendwas. Und wir sind aber nicht MacGyver, sondern wir sind einfach nur Manga-Redakteure und sitzen so mit der Stecknadel und dem Radiergummi da und denken uns, Mist, wie geht das? Und man fragt sich so, was man mit seinen begrenzten Mitteln jetzt aus der Situation machen kann. Aber wir lernen einfach, okay, wenn man das hier, wenn man die Stecknadel so umbiegt, vielleicht klappt es dann und so. Ich weiß, komische Analogie, aber du weißt sicher, was ich meine. Also ich finde das interessant, weil man muss das, ich betrachte das dann aus mehreren unterschiedlichen Blickpunkten, also Blickpunkten, man könnte ja natürlich, ich sage jetzt mal ein Beispiel, man könnte natürlich jetzt sagen, es gibt vergriffene Bände, die sind bei Ebay gerade und da kostet anstatt, der Mann kostet sieben Euro neu, ist jetzt vergriffen, soll das kostet das Ding 20 Euro für den Typ oder die Frau, die das dann haben möchte. Jetzt ist es dann so, wenn du dann natürlich sagst, okay, das Ding würdest du dann nachdrucken, würdest es dann aber, sag ich jetzt mal, vier Euro teurer machen, ist abgeschimpft vielleicht mit der Community als Beispiel, dann würde es in dem Sinne eventuell doch wieder gehen, wenn dann du sagst, okay, du machst jetzt einen Nachdruck und der Nachdruck fehlt leider vier Euro teurer. Natürlich kommen dann wieder die Leute und sagen, ja, wenn die da mit einmal angefangen haben, dann werden sie das auch überall weitermachen und so weiter. Genau, und einfach behaupten, dass wir können das nur so mit vier Euro aufpreis nachdrucken, weil man ist immer der Böse, das ist auf jeden Fall. Ja, also das ist auf jeden Fall, ich bin da voll bei dir, auch in Sachen Nachdruck, so länger die Reihe wird, da hat Kai vor zwei Wochen erzählt, da können die ersten drei Bände richtig geil laufen, da denkst du dir nur so, boah, geil, die anderen 15 Bände, die laufen auch genauso gut und dann ab Band vier denkst du dir so, hä, wo sind die Verkäufe und dann guckst du halt in die Röhre. Ja. Ja, und das halt dazu. Ja, ich glaube, das muss ich vielleicht nochmal kurz dazusagen, weil du gerade Ebay angesprochen hast, ist ein bisschen schwierig manchmal uns für die Preisgestaltung von privaten Verkäufern auf Ebay verantwortlich zu machen. Also ich kann auch zum Beispiel, keine Ahnung, ich kann irgendwie meine Maus, die kann ich auch einfach irgendwie bei Ebay jetzt für 4000 Euro reinstellen und dann sagen, hey, alter, kann doch nicht sein, dass die 4000 Euro auf Ebay kostet, die muss jetzt eindeutig hier beim Hersteller irgendwie nochmal nachproduziert und billiger gemacht werden oder sonst irgendwas. So funktioniert die Argumentation halt nicht. Vor allem könnte ich dann auch einfach sagen, so ja, ich will, dass das nachgedruckt wird, also stelle ich den Band, den ich eh zu Hause schon habe, stelle ich dann für 4000 Euro ein und sage dann, ach, guck mal, wie viel der kostet. Also wir können da leider nicht einfach nur, nicht einfach nur gegen Privatverkäufer arbeiten, die horrende Summen verlangen. Also wir sind uns gewahr der Tatsache, dass das irgendwie Quatsch ist und dass das niemand kaufen sollte, aber den privaten Preismarkt kontrollieren, das kann leider nicht unsere Aufgabe sein. Leider, da müssen wir, wir müssen primär erstmal unseren, unsere Produktionskosten, Lagerkosten und so weiter, das müssen wir halt zu kalkulieren schaffen und dann kann, kann auch tatsächlich nachgedruckt werden auf jeden Fall. Ja, das Thema Ebay ist extrem schwierig. Ich hatte vor, ich weiß gar nicht, wie lange her, vor einer Woche irgendwie mit Verena von Otaku gesprochen. Die ist richtig hart in diesem Ebay-Game drin, die guckt halt auch immer, wo sie irgendwelche Bände herbekommt. Die meinte auch zu mir, sie meinte, hey Braun, 2017, da war das noch nicht so krass. Plötzlich 2018, da bezahlst du für manche Reihen dich dumm und dämlich, weil ich mal mit ihr mal so gequatscht habe, wie viel sie für GTO gezahlt hat, wie viel sie für Vagabond, Vagabond war so günstig damals noch vor drei, vier Jahren auf Ebay als Beispiel. Mittlerweile, keine Ahnung, Berserk war letztens drin vor zwei Wochen für 20.000 Euro mit Schuber, also das packst du ja auch an den Kopf, ne? Also, klar, okay, da spielen wir mal wieder ein bisschen was anderes rein, aber naja. Ja. Es ist leider sehr, sehr schwierig, ja. Also, das ist eine Thematik, die uns auf jeden Fall alle umtreibt, so viel darf gesagt sein, ne? Es ist nichts, was wir ignorieren. Da wird echt sehr viel, sehr viel Gehirnschmalz und auch Kalkulation und Vertriebspower und sonst was rein investiert. Es ist halt trotzdem aber nichts, was man einfach mal mit einem Fingerschnippen beheben kann, so wie man sich das da draußen als Fan vielleicht gerne mal vorstellt. Ja. Gehen wir einfach mal weiter. Marco, hast du eigentlich noch Zeit für mich? Ich hab noch Zeit. Okay, gut. Weil ich hab noch so ein paar Punkte auf meinem Ding. Ich will einfach mal, ich hab das Offstream schon angesprochen, Thema Zensur. Ich kann's nicht mehr, ich krieg's nicht mehr hundertprozentig aus dem Kopf, aber es gibt eine Aussage von einem User, der sagte, es ging damals jetzt um das Thema Golden Kamui und Golden Kamui war ja das jüngste Beispiel im Thema Zensur, wo es jetzt nachträglich jetzt nicht zensiert wurde, obwohl die Reihe bei Manga-Kult extrem schlecht, ich sag jetzt einfach extrem schlecht läuft, ich kenn ja nicht die genauen Zahlen, aber sie läuft jetzt nicht gut und da ist es dann so, dass man dann kalkuliert und sagt, sollen wir es zensieren, sollen wir es nicht zensieren, wenn wir es nicht zensieren, dann laufen wir in die Gefahr vielleicht eine Geldstrafe zu bekommen und dann geht das wieder gegen diese Reihe, obwohl sie halt schlecht läuft und da gab's halt eine Aussage von einem User zu, der meinte, mir ist das als Konsument scheißegal, ob der Verlag einen wirtschaftlichen Schaden daraus trägt, ich will das Ding unzensiert hier in Deutschland haben, so wie es in Japan erschienen ist. So das Statement dazu und jetzt Marco. Ja, das kann ich natürlich sagen, das ist natürlich extrem kurzsichtig und eine ziemlich infantile Aussage auch bei, also um es mal ganz plump zu formulieren, was ist denn, wenn der Verlag pleite geht an dieser finanziellen Katastrophe, die einfach diese nicht zensierte Szene verursacht, denn vielleicht ist das was, was mit japanischem Recht vereinbar ist, aber nicht mit deutschem und ich weiß, dass man das dann sehr, sehr gerne unzensiert haben möchte, aber was ist denn, wenn der Verlag an dieser finanziellen Katastrophe zerbricht, dann hast du erstens, kannst du diese Serie dann sowieso abschreiben, weil sie nicht mehr fertig veröffentlicht wird und auch weitere Manga aus diesem Verlag kannst du dann vergessen, also dann hast du quasi langfristig wegen einer dämlichen Szene, hast du dem Markt quasi geschadet und der Manga-Vielfalt in Deutschland und der Menge an Lizenzen, die nach Deutschland kommen kann. Also es ist natürlich sehr, sehr kurzsichtig argumentiert, muss man dazu sagen, ja. Ja, ihr hattet ja in vergangener Zeit hattet ihr ja auch schon Werke, die dann auch mal zensiert wurden. Wie wird das bei euch so ausdiskutiert? Sitzt ihr dann da irgendwie, ich weiß nicht, sitzt ihr da mit einem Anwalt oder braucht ihr das gar nicht mehr oder wägt ihr das dann einfach so ab? Wie ist das dann bei euch so? Also oft wird das, wird das persönlich abgewogen. Ich habe mitbekommen, das war auch noch vor meiner Zeit als Redakteur, zum Beispiel bei Infection gab es einen riesigen Shitstorm, weil das irgendwie nicht kommuniziert wurde an die Fans und weil es auch eine Zensur war, über die sich wohl viele gestritten haben. Es geht um eine Szene, in der jemand mit seiner kleinen Schwester badet und es hat ja unnötig viel sexuellen Beigeschmack, sage ich mal. Und wir fanden einfach, vor allem weil es storytechnisch nicht wirklich relevant war, fanden wir einfach, ich sage bewusst wir als Verlag, ich habe wie gesagt damals noch nicht in der Redaktion gearbeitet, aber haben wir uns entschieden, diese Szene rauszunehmen. Und das ist bei sehr vielen Fans auf sehr viel Zorn und Unverständnis gestoßen. Ich glaube, für ein paar war es das Nicht-Kommunizieren, aber leider so, was ich aus den Kommentaren gelesen habe, war es für viele auch einfach das generelle rausnehmende Szene. Und ja, da muss man halt einfach echt aufpassen. Also in Japan ist halt einfach quasi die Latte, was beispielsweise die Sexualisierung von Kindern angeht, so traurig das auch klingt und so heftig, liegt deutlich niedriger. Also da wird ganz anders mit umgegangen. Und in Deutschland ist da einfach der Gesetzgeber sehr, sehr viel strenger. Und ja, wir möchten da natürlich einfach kein Risiko eingehen, vor allem wenn es nicht storyrelevant ist. Ich bin auch der Meinung, dass das ganz eindeutig öffentlich kommuniziert werden sollte. Also ich finde einfach irgendwie den Usern, wollte ich schon sagen, den Fans, ein zensiertes Produkt vorzusetzen, ohne ihnen zu sagen, dass da Content entfernt wurde. Entweder steht es irgendwo im Manga selbst oder es steht irgendwie auf Social Media oder sonst was. Man argumentiert das irgendwie. Das finde ich blöd. Also das sollte man schon sagen. Und das gehört eigentlich auch mittlerweile zu unserer Policy, dass wir da schon ganz öffentlich irgendwie an die Fans herantreten und sagen so, hey, pass mal auf, aus folgenden Gründen ist dies und das passiert und das können wir einfach nicht verantworten. Vielen Dank für euer Verständnis. Wenn ihr kein Verständnis habt, ist es leider trotzdem so, ihr könnt den Band ja auch nicht kaufen. Aber es ist hier in Deutschland so, wie es ist. Und deswegen tut uns auch sehr leid. Wir werden das dann auch immer jeweils in der Redaktion diskutieren. Also es ist keine Einzelentscheidung. Das heißt, es wird im Kollektiv entschieden. Natürlich demokratisch. Das heißt, wenn jetzt einer sagt so, nee, bin ich voll dagegen und alle anderen sind dafür, dann hat dieser natürlich trotzdem den Kürzeren gezogen. Aber ich kann auch dazu sagen, dass Zensur wirklich in sehr, sehr wenigen unserer Manga zum Einsatz kam und dass das wirklich das aller, allerletzte Mittel ist. Manchmal behilft man sich vielleicht mit einer abgewandelten Übersetzung oder man macht einen Charakter, obwohl er im Original ist er vielleicht zwölf und du machst ihn vierzehn oder so, um es zumindest ein bisschen zu entschärfen. Ja, das ist auch nicht geil, aber es ist halt einfach, es hilft ein bisschen und mit solchen Sachen kann man ja auch arbeiten und es ist wirklich die ganzen, den ganzen Content zu entfernen ist wirklich der aller, allerletzte Schritt, den wir versuchen, ganz eindeutig zu vermeiden. Ich habe auch im Vorfeld von Chainsaw Man super viele Anfragen bekommen. Ey, wird Chainsaw Man bei euch zensiert, Marco? Bitte sag mir, dass der nicht zensiert wird. Deswegen habe ich auch noch mal extra irgendwie auf Social Media gepostet. Ich möchte noch mal ganz eindeutig betonen, dass Chainsaw Man nicht zensiert wird. Ich habe das Ding, zum damaligen Zeitpunkt hatte ich das eh schon fast komplett gelesen und da war nichts drin, was hätte zensiert werden müssen. Es ist ja auch in Deutschland längst keine Gewalt mehr, die zensiert wird. Das sind ja meist irgendwelche, ja, gesetzlich verwerflichen Sachen. Ja, ja. Er ist halt dann, wie es jetzt jüngst oder auch schon angesprochen oder gerade angesprochen, Tokyo Revengers, das Manji-Symbol, ist halt für Leute, die klar denken können, ist es ein Manji-Symbol und ist halt klar, was das für eine Bedeutung hat. Ich finde es auch krass, dass es im, ich weiß gar nicht, wie ihr das damals gemacht habt, bei Blade of the Mortal wurde ja, bei Manga-Kult ist trotzdem drin, das Manji-Symbol zum Beispiel. Bei uns war es tatsächlich einfach nur ein normales Kreuz, also ein X. Und es gab tatsächlich eine extra, soweit ich das mitbekommen habe, das war natürlich auch vor meiner Zeit, aber eine extra angefertigte, internationale Version, wo es eben kein Manji gab, sondern ein X auf dem Mantel hinten. Ja. Also Manji ist übrigens das Hakenkreuz, muss man ja vielleicht noch dazu sagen. Achso, ja, okay, klar. Ja, das finde ich halt auch immer interessant. Das kann aber auch natürlich auch sein, das hatten wir ja auch so schon mal gesagt, du hast fünf Bände, da passiert einfach nichts und im sechsten Band denkst du dir einfach so, scheiße, da passiert jetzt einfach der größte Abfuck und das musst du einfach irgendwie zensieren. Ja. Und dann kommen halt die Leute und sagen, hey, aber ihr hattet die ersten fünf Bände nicht lizenziert, ach, lizenziert, zensiert, wieso macht ihr es jetzt beim sechsten Band? Aber das ist ja dann irgendwie auch klar, das kann man ganz... Kauft doch die Lizenz nicht ein, kauft doch die Lizenz nicht ein, wenn ihr sie zensiert und du so, ja, sorry, als wir die Lizenz gekauft haben, wussten wir leider noch nicht, dass irgendwie, keine Ahnung, im Band sechs minderjährige tote Pferde sich an denen vergangen wird oder irgendwie sowas, weißt du? Und du denkst dir so, ja, okay, man kann leider da auch nicht immer irgendwie erfolgreich orakelen. Manchmal schätzt man leider eine Serie auch ganz, ganz falsch ein. Ja, klar. Zum Thema, weiter zum Thema, nächstes Thema, Thema Webtoons und Light Novels. Seid ihr da irgendwann in-game? Also spielt ihr da irgendwann mit? Habt ihr da extrem Bock drauf, mal mitzuwirken oder wie sieht es da bei euch aus? Also Light Novels erscheinen ja bei uns eigentlich schon jetzt in jedem Programm. Da sind wir auch vor einiger Zeit sehr erfolgreich eingestiegen. Wir haben natürlich uns Your Name damals geholt. Das war natürlich auch ein durchschlagender Erfolg, der sich auch bis heute weiter in die Gegenwart zieht. Gleichzeitig muss man dazu sagen, dass wir noch sehr vorsichtig sind. Das merkt man ja wahrscheinlich auch, was längere Serien angeht, weil Light Novels halt eine Produktform sind, die deutlich mehr Risiko birgt. Ich würde sagen, die deutlich mehr Risiko birgt als beispielsweise ein normaler Manga. Also du hast ja, wie ihr vielleicht wisst, in einer Light Novel kein Bild oder sehr wenig Bild und dafür sehr, sehr viel Text. Also es ist ja letzten Endes ein Buch. Das heißt, die Übersetzungskosten sind sehr, sehr viel höher. Die Bearbeitung ist viel, viel, viel aufwendiger. Also das ganze Lektorat ist natürlich auch teuer. Das Lektorat intern, also die redaktionelle Arbeit dauert länger. Es ist alles viel, viel aufwendiger für eine kleinere Leserschaft. Denn natürlich gibt es mit Leib und Seele Light Novel-Fans in Deutschland. Gleichzeitig muss man aber dazu sagen, die Verkaufszahlen, die beispielsweise jetzt einfach ein erfolgreicher Manga erreicht, die erreicht eine Light Novel in den seltensten Fällen bis gar nicht. Das heißt, man hat eigentlich viel mehr Kosten, viel mehr Aufwand, viel mehr Risiko für weniger Erfolg. Klar, man muss auch erstmal den deutschen Leser und die deutschen Leserin ein bisschen an das Format Light Novel gewöhnen. Aber insgesamt ist es gerade einfach auch was, wo wir sagen so, hey, wollen wir vielleicht erstmal abwarten, wie unsere Manga laufen, ob wir Inuyasha nachdrücken können, all diese Dinge, weißt du, und vielleicht machen wir keine Ahnung. Isras, Ananas, was auch immer, bevor wir uns kopfüber in die Light Novels stürzen und ein unnötiges Risiko eingehen, weil wir haben ja noch diverse andere Baustellen abzuarbeiten. Deswegen machen wir primär Einzelbände im Light Novel-Bereich. Aber auch damit fahren wir ganz gut. Und es kommt ja auch bei den Fans sehr gut an. Ich habe auch das Gefühl, dass wir schon so ein bisschen Light Novel-technisch unsere Nische, unser Genre gefunden haben. Das sind ja alles so ein bisschen so Mysteries, Lies-of-Life-ige Sachen, die man mal schön weglesen kann. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch. Ja. Und wie sieht es im Webtoon-Bereich aus? Ja, da ist natürlich Alter, das ist schwer beizukommen. Gerade habe ich den Eindruck. Da wird ja quasi ein Webtoon nach dem anderen rausgehauen. Ich kann natürlich aber nicht ganz leugnen, dass wir da natürlich auch unsere Augen offen halten. Ich kann jetzt auch keine Lizenzankündigungen in die Richtung versprechen oder gar spoilern, sondern muss natürlich um noch ein bisschen Geduld bitten. Aber es ist tatsächlich so, dass natürlich auch wir sehen so, hey, erstens ist diese ganze Korea-Shose nicht nur allein durch K-Pop, aber auch durch Webtoon ist einfach viel mehr in den Köpfen der Leute. Früher warst du so, also als ich irgendwie noch Manga-Leser war, war Korea überhaupt kein Thema. Klar, es gab mal den einordnernden Man-Hua irgendwie in den Läden stehen, aber die haben es sich auch unterdurchschnittlich verkauft im Vergleich zum Manga und es war ein komplettes Nischenprodukt. Heute ist der Webtoon komplett salonfähig durch einfach auch den Korea-Hype, der ja seit einigen Jahren grassiert und man sieht es ja jetzt auch zum Beispiel an Solo-Leveling und so. Das sind ja alles Serien, die hervorragend laufen. Also, dass das durchaus Profit verspricht und klar, wir wären dumm, sag ich mal, wenn wir dieses Feld einfach komplett ignorieren würden. Es ist dann auch so, dass man vielleicht, ich hatte letztens China Books zu Gast, die bringen ja sowas hier raus wie Klingen der Wächter, das ist ja auch eine richtig krasse Lizenz. Ähnlich ja dann zum Beispiel wie in den Kingdom, wer so Kingdom mag, der wird da auch Spaß mit haben. Es ist dann so, dass man vielleicht den chinesischen Markt auch schon mal auf dem Schien hat. Tokio Pop ist da ja auch schon so ganz leicht drin, die holen ja jetzt eine Light Level nach Deutschland. Man weiß ja vielleicht, was es ist, aber. Ja, also ich hatte tatsächlich auch bisher wenige chinesische Titel vor der Flinte, muss ich sagen, so gerade während meiner redaktionellen Arbeit. Ich weiß noch, dass wir, ich glaube so, vielleicht zweimal tatsächlich uns auch chinesische Titel angeschaut haben, als ich noch gar nicht Teil der Redaktion war, Redaktion. aber es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr verschwindend gering im Vergleich zu Japan und Korea. Auf jeden Fall. Also muss man aber dennoch auf dem Schirm haben, weil es gibt durchaus auf dem chinesischen Markt sehr, sehr interessante Franchises und ich glaube, das entwickelt sich auch in den nächsten Jahren noch sehr intensiv weiter und ich glaube nicht, dass wir zum letzten Mal von geilen chinesischen Lizenzen, wie jetzt beispielsweise Klingen der Wächter gehört haben. Ja. Also das ist ja genau das, was der Ultraverse gemacht hat. Die sind ja da in den Bereich gegangen. Antu, okay, der hat dann den Glücksgriff mit Solo-Leveling gemacht, dass dann, okay, es gab in Englisch, gibt es ja jetzt auch Solo-Leveling als physische Version. Wahrscheinlich ist das irgendwie im Einklang irgendwie gegangen und dann hat man diese Lizenz geholt, ist irgendwo schlummernd die chinesische Lizenz, die dann halt auch in Deutschland knallt. Absolut, absolut. Ich glaube, da muss vielleicht auch noch ein bisschen so das Verständnis für den chinesischen Comic-Markt wachsen, natürlich trotzdem auch schon so ein leichtes Gefühl, finde ich, für Webtoons hatte in Deutschland und eben, wie gesagt, es einfach diesen Korea-Hype gab. Also da waren die, die Grundbedingungen waren einfach relativ günstig jetzt im Vergleich zum chinesischen Markt. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Definitiv. Auf jeden Fall. Zum Thema deutschsprachige Mangaka. Ihr habt da auf der Manga, in der Manga, kann nicht mehr reden, im Manga-Passion-Interview hatte Micha vor kurzem erzählt, ihr plant da sehr viel mit deutschsprachigen Mangaka. Es gibt ja auch einen Shoujo-Manga, der noch nicht veröffentlicht wurde, mein erstes Mal von Inilu. Der wurde ja zum Beispiel noch nicht veröffentlicht. Wartet ihr da irgendwie bis eine Messe kommt, dass man das besser promoten kann oder wieso kommt das nicht und wie sieht es derzeit mit diesem Bereich aus deutschsprachige Mangaka und das, was ihr halt angekündigt habt? Also um mein erstes Mal anzusprechen, auch das ist leider vor meiner redaktionellen Zeit gewesen. Der erste Band ist ja durchaus erschienen von mein erstes Mal und der Folgeband allerdings nicht. Das ist allerdings damals alles noch quasi, wie sagt man, organisiert worden, als Jonas Blaumer noch unser Programmleiter war, der ja jetzt der Programmleiter von Hayabusa-Manga ist bei Carlsen. Und wieso es niemals zum zweiten Band gekommen ist, das übersteigt ehrlich gesagt meine Kenntnis. Da kann ich leider gar nichts zu sagen, aber es wird auf jeden Fall keinen zweiten Band bei uns geben. So viel weiß ich. Gleichzeitig ist es aber so natürlich, dass wir deutsche Mangaka durchaus oft im Schirm haben und wie Micha ja auch schon angeteasert hatte, es wird auch in naher Zukunft bei uns ein Projekt der Gestalt geben. Wir arbeiten derzeit sogar mit mehreren deutschen Zeichnern und Zeichnerinnen zusammen und ja und planen da quasi ein kleines, feines, sehr interessantes Projekt, wovon ich glaube, dass es weniger, also wir machen das weniger quasi so aus dem Anspruch, einen finanziellen Gain zu erwirtschaften oder so, sondern weil wir einfach, weil wir glauben, dass deutsche Manga-Künstler auf jeden Fall mehr gefeatured werden sollten, dass da auch gerade bei uns natürlich in letzter Zeit relativ wenig passiert ist, das darf man nicht anzweifeln, seit LA Waves und Whispering Blue ist jetzt auch schon wieder ein bisschen Zeit ins Land gegangen, das waren die beiden Boys Love Titel, die von Pengu und Marika Herzog beziehungsweise Chasm erschienen sind und da wollen wir jetzt einfach anknüpfen und arbeiten da gerade schon seit einigen Monaten natürlich durchaus an einem anderen Projekt und werden einen vollständigen Reveal, das klingt ein bisschen arg hochtrabend, aber einen Ankündigungsstream oder auch einen detaillierten Erklärungsstream werden wir noch im Juli eben starten, das hatte ich ja vorhin schon mal angeschnitten und werden den Usern, Zuschauern, Fans dann erklären, was es damit auf sich hat und hoffen natürlich, dass sich dieses Projekt bei den deutschen Lesern und Leserinnen sehr großer Beliebtheit erfreut, die Zeichner und Zeichnerinnen waren auf jeden Fall sehr angetan und ich persönlich hoffe auch, dass das nur der Startschuss ist für eine weitere Zusammenarbeit und weitere Projekte dieser Art, weil ich das auch super spannend finde, ehrlich gesagt, mit deutschen Zeichnern zusammenzuarbeiten, weil das ja für dich als jemand, der sonst nur japanische Lizenzen betreut, eine völlig neue Erfahrung ist. Also das ist quasi so ein bisschen original Japanese Feeling, so wie ein japanischer Redakteur ja eigentlich Manga betreut und das finde ich super spannend. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht bisher und ich bin mir auch sicher, dass es noch weiter sehr, sehr viel Spaß machen wird. Da bin ich auch mega gespannt drauf. Ich habe ja mit mehreren deutschsprachigen Mangaka irgendwie Kontakt, habe auch mehrere schon mal im Interview gehabt, auch persönlich dann irgendwie Kontakt und man tauscht sich ab und an mal über Instagram aus oder über Twitter per PM und der gleichen und da bin ich auch mal gespannt, was da noch in Zukunft kommen wird. Ist es denn so, dass ihr da, ihr habt ja auf eurer Internetseite auch dieses Bewerbungsformular beziehungsweise diesen Schrieb, wo steht, was ein deutschsprachiger Mangaka so ein bisschen mitbringen muss, wenn er sich bewirbt, kommen da viele Bewerbungen bei euch rein? Lustigerweise ja, also wir kriegen, das hätte ich am Anfang eigentlich nie gedacht, weil es ist auch sehr aufwendig, ein Manga-Projekt eine Bewerbung schon braucht, also da muss ja wirklich schon ein Konzept dahinter stehen, die ersten Seiten im Idealfall schon gezeichnet sein, all solche Dinge, gibt es doch einige, die diese Anstrengungen auf sich nehmen und die einfach gerne einen deutschen Manga veröffentlichen möchten und wir haben tatsächlich immer wieder regelmäßig bekommen wir Bewerbungen in die Redaktion gespült, die natürlich mal mehr, mal weniger gut sind, also es gibt natürlich auch die Bewerbungen von Leuten, die irgendwie gerade vielleicht noch in der achten, neunten Klasse sind und irgendwie gerade angefangen haben Manga zu zeichnen und jetzt seit einem halben Jahr Manga zeichnen und dann ganz, ganz, ja, noch kindlich, naiv fast schon, aber natürlich sehr herzerwärmend irgendwie eine Bewerbung schreiben, ich zeichne jetzt in einem halben Jahr Manga, guck doch mal mein Projekt und so und es ist halt voll cute natürlich auch und du musst dann natürlich zurückschreiben so, ja es ist leider noch nicht ganz das, was wir uns erhofft hatten, vielleicht musst du noch ein bisschen so, keine Ahnung, an der perspektivischen Darstellung oder an der Anatomie arbeiten oder so, wir versuchen da natürlich auch ein bisschen Verbesserungsvorschläge zu geben und ein bisschen konstruktive Kritik und sagen dann, aber bewirb dich auf jeden Fall wieder bei uns, wenn du das Gefühl hast, du bist ready oder so und dann, ja es ist halt echt sehr putzig und teilweise kriegst du aber auch Bewerbungen, da fallen mir die Augen aus dem Kopf, ja, da denke ich so, alter Schwede, wieso, wieso gibt es von dir noch nichts zu lesen, wieso schickst du das an uns so heftig, also das ist ja, das ist ja mega krass, dann schicken die ausgearbeitete Projekte quasi, also wir bekommen auch Projekte, da wird teilweise der ganze erste Band, der im Selbstdruck entstanden ist, schon mitgeschickt und du denkst dir, heftig, heftig, richtig gute Qualität, so und hier ist auch wieder das Problem, man findet, glaube ich, mehr geil, als man selber Kapazitäten hat zu machen, weil das natürlich ein deutlich größerer Aufwand ist, einen deutschen Manga zu betreuen, als jetzt einfach nur einen japanischen zu adaptieren, ganz klar und deswegen muss das leider auch immer sehr, sehr ausgewählt stattfinden und ist nicht so eine Regelmäßigkeit, wie wir uns das vielleicht wünschen würden, aber wir arbeiten auf jeden Fall dran, dass das ein bisschen häufiger wird. Okay, das ist auf jeden Fall sehr spannend, was mir so gerade im Kopf eingefallen ist, das wäre, finde ich auch mal witzig, wo du das gerade gesagt hast, so ein Achtklässler oder Achtjähriger, ich weiß jetzt nicht, was es gerade war, Achtklässler, Achtklässler, die schicken euch Manga, wenn man einfach mal so einen Wettbewerb macht und dann schicken ganz viele dieser Jüngeren ihre Manga ein und dann machst du da so ein ganz kleines Häftchen raus oder setzt das online und macht da so ein bisschen Tamtam drum und sagt mal, hey, guck mal, das ist zwar noch nicht on point, aber man kann da ein bisschen was draus machen oder was weiß ich was, das wäre halt, ich glaube, das gab es so auch noch nicht, ich weiß nicht, ob das schon mal wer gemacht hat, so einfach so wie eine ganz kleine Shonen Jump für casual Zeichner, sage ich jetzt einfach mal und das fände ich, glaube ich, mal ganz witzig. Ähm, ja. Nee, bitte verfahrt dich. Nee, du wolltest dazu was sagen? Nee, ich wollte eigentlich nur bestätigen, dass das eine sehr coole Idee ist. Ähm, und Punkt, Punkt. Ja, ähm, das auf jeden Fall zu diesem deutschsprachigen Bereich, wir kommen jetzt auch so nach und nach gegen Ende des Interviews, wir sind auch schon echt lange dabei, genau gerade die zwei Minuten, ach, die zwei Minuten, die zwei Stunden geknackt. Äh, ihr werdet natürlich auch Timestamps in den Videos reinkriegen, ihr könnt euch dann zu den Fragen hin und her switchen, was euch dann alles so interessiert, wir haben schon echt viel durchgekastet und echt schöne Antworten bekommen. Danke, danke. Welche zwei Titel von Egmont brauchen mehr Aufmerksamkeit? Okay, einen weiß ich auf jeden Fall sofort, Delicious in Dungeon. Ähm, ich glaube, diesen Titel schätzen sehr viele sehr falsch ein, weil auch so die Prämisse des Manga eigentlich ein bisschen unglücklich ist, es wirkt ein bisschen so, als würde es nur ums Essen gehen, aber es ist, glaube ich, eine der besten Fantasy-Stories, die ich je gelesen habe und Essen ist echt sehr sekundär in diesem, in diesem Manga. Ich glaube, ähm, es hat sich alles so, die Story hat sich dadurch entsponnen, dass die, die Protagonisten dieses, dieses Titels einfach superarm in den Dungeon ziehen und, und quasi sich von den Monstern im Dungeon ernähren müssen, weil sie einfach so schlecht ausgerüstet sind, kein Proviant haben und so weiter, aber sie müssen rein, weil sie sehr zeitnah eine dort verschollene, ähm, Kameradin befreien möchten. Das ist so die Prämisse, mit der das anfängt und es ist keiner dieser typischen Koch-Manga, wo man dann sagt, so, oh nee, ich hab halt kein Interesse an Kochen, ich lese das nicht. Also wenn ihr auch nur ansatzweise Interesse an geilen Action-Fantasy-Stories habt, liest auf jeden Fall Delicious in Dungeon, weil ich finde, das ist ein, das ist ein ganz großartiger Titel, ähm, und ich möchte auch noch mal ganz besonders darauf hinweisen, lasst euch nicht vom Zeichenstil im ersten Band abschrecken. Wenn ihr beispielsweise in der Buchhandlung seid, vergleich mal den ersten Band mit beispielsweise dem zehnten jetzt oder dem neunten, ich weiß gar nicht, wo wir aktuell sind, ähm, es ist der Wahnsinn, wie sich die Zeichnerin weiterentwickelt hat. Das ist unfassbar. Ich hab's, glaube ich, selten so krass erlebt. Ähm, der zweite, der mehr Aufmerksamkeit braucht, was, was könnte das sein? Ähm, ich persönlich finde, auch wenn ich die aktuellen Verkaufszahlen gerade gar nicht so genau auf dem Schirm hab, dass ich eins meiner persönlichen, meiner persönlichen Babys eigentlich auch noch mal jedem ans Herz legen möchte, und zwar My Elder Sister. Ähm, das ist, glaube ich, für viele vielleicht auch ein Titel, zu dem sie nicht so schnell greifen würden, weil er ein bisschen dünn ist. Da haben die, da haben die Titel teilweise echt nur 100, boah, ich weiß gar nicht, was haben die, wie viele Seiten werden die haben? Vielleicht 144 oder so, ich weiß nicht, ich glaube, ja, 130, weil die haben immer zwei Farbseiten auch. Ähm, jeder Band hat übrigens eine Postkarte, und es geht um einen, einen, ähm, ein Teenager, der, der als Weise immer hin und her gereicht wird, von Familienmitglied zu Familienmitglied. Keiner hat so richtig Bock auf ihn, und, ähm, und er beschwört versehentlich, um es mal ganz krass abzukürzen, aber das ist kein Spoiler, keine Sorge, eine uralte Dämonenkönigin, die ihm einen Wunsch erfüllt. Und er wünscht sich einfach nur, ey, kannst du nicht meine große Schwester werden? Und sie ist natürlich etwas geplättet, und sagt aber natürlich, okay, weil das ist ja sein Wunsch. Und danach wird das super krass slice of life-ig mit so Fantasy-Elementen, weil sie natürlich, ja, sie ist ja eine Dämonin und kann zaubern oder beherrscht dunkle Magie, was auch immer. Und es ist einfach super cute, es hat leichte edgy Elemente natürlich, und, ähm, ist aber sehr, sehr wholesome so. Also ich lese den wahnsinnig, wahnsinnig gerne, und, ähm, es gibt super viele Anleihen, ähm, bezüglich des Werkes von H.P. Lovecraft, ein ganz, ganz besumter Horror-Autor, den ich, den ich sehr, sehr gerne lese. Und, ähm, der erste, der erste Band hat auch hinten einen redaktionellen Zusatz-Content, ähm, wo das alles erklärt wird, mit diesen, mit diesen Anspielungen aufs Werk von Lovecraft und so, damit alle, die Lovecraft nicht gelesen haben, das auch irgendwie wertschätzen können. Und, ähm, ja, wenn ihr so ein bisschen auf, keine Ahnung, Horror-Edgy Slice of Life steht, guckt vielleicht mal rein. Okay. Weißt du, auch, äh, Edgy ist auch bei euch extrem oft immer mit dabei, ne? Also, äh, jetzt bringt ihr auch Crimson Sisters demnächst raus, da hab ich auch mega Bock drauf, auf den bin ich mal echt gespannt, der ist ja auch so wild. Gott, ich liebe den, ich liebe den so krass. Also, der braucht auf jeden Fall auch mehr Aufmerksamkeit, der ist noch gar nicht raus, aber ich finde einfach, der braucht mehr Aufmerksamkeit, weil er alle Aufmerksamkeit haben sollte. Das holt mich so, das holt mich so rein in so eine Teenager, Teenager-Mood irgendwie. Also, es ist so, Geballer a la Helsing, es gibt Vampire und es gibt Monster, es gibt so einen pseudoreligiösen Orden, es gibt irgendwie heiße Nonnen mit Knarren und Vampire. Also, es ist doch, es ist wirklich, mein Teenager-Herz schlägt sowas von hoch. Also, ich bin da, ich bin da sofort an Bord. Mit Girls Love halt auch noch. Mensch, ich bin sowas von abgeholt. Ich muss auch leider dazu sagen, dass ich echt, ich habe so ein bisschen den Ruf für die ganze Edgy-Sache verantwortlich zu sein, weil ich, ich selber lese Edgy sehr gerne, wenn das gut in die Geschichte eingeflochten ist. Ich hasse so Kram, wo du merkst, die ganze Geschichte wird nur ums Edgy herum konstruiert. Das ist Quatsch. Aber wenn irgendwie eine Geschichte gut erzählt ist und du auch merkst, die will wirklich eine gute Geschichte hier will erzählt werden und da sind Edgy-Elemente dabei, dann feiere ich das total. Also, ich finde das einfach ganz cute, wenn die, wenn die geschmackvoll auch sind so halbwegs. Das ist halt bei Edgy eine Gratwanderung, ganz klar. Aber ich bin auf jeden Fall echt jemand, der mindestens in jeder Redaktionssitzung einen Edgy-Titel vorschlägt, weil ich halt sage so, ey, auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen mehr, ja, wie sagt man, frivolen Content. Also bist du dafür verantwortlich, dass Manga immer in Verbindung gebracht werden mit, ey, ist das nicht dieses Hentai-Gedöns? Genau, ich bin eigentlich dafür verantwortlich, dass sich der Beruf des deutschen Manga-Marktes noch nicht wirklich gebessert hat. Es tut mir leid. Aber ich kann doch auch nicht aus meiner Haut. Auf Crimson Sisters bin ich ultimativ gespannt. Ich habe da schon drei gelesen. Ich bin da gespannt. Also, ich werde mir das Ding auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wann kommt das nochmal raus? Glaube im Dezember dieses Jahres. Ach, Dezember war das. Dezember dieses Jahres kommt, glaube ich, der erste Band. Aber bald gibt es ja unser neues Magazin. Ich glaube, das kommt immer im Oktober, wenn mich nicht alles täuscht. Ich möchte nicht lügen, aber Oktober anfangen sollte das kommen. Und da gibt es dann auf jeden Fall auch immer die Leseproben zu den neuen Serien. Das heißt, da findet man dann auch die Leseprobe zu Crimson Sisters unter anderem. Okay. Also, ich bin gespannt. Also, ich würde mir das Ding auf jeden Fall holen. Und ich gucke auch immer nach Edgy Manga. Ich weiß, das ist auch bei mir so zweigleisig. Manchmal finde ich es gut, manchmal finde ich es zu übertrieben. Den letzten, den ich hart gefeiert habe, war Sunken Rock von Boichi. Da fand ich die Edgy Elemente echt gut drin. Liebe ich. Liebe ich. Sunken Rock, absolut geile Serie. Ich habe alle Bände hier stehen und habe es mega gefeiert. Wenn der Spy nicht so scheiße aussehen würde, aber ich habe mich schon bei Bene beschwert. Er hat es weitergereicht, aber die Person ist wohl nicht mehr im Laden bei denen. Findest du denn das Bein so schlimm von Sunken Rock? Dieses Rot, Gelb, Blau, Grün. Ja, ist halt sehr bunt. Also wenn man sich so das andere anguckt, sieht das alles so ein bisschen schöner aus. Ja, aber drei Fragen habe ich noch und die nächste Frage ist, wenn du ein Werk, egal ob es bereits lizenziert oder nicht veröffentlicht wurde, lizenzieren dürftest, welches wäre das? Oder, ja genau. Ich habe eins, was in Deutschland schon lizenziert wurde, ist aber auch schon ein bisschen länger her, ist Warau Kyuketsuki, der lachende Vampir von Suhiro Maruo. Ist mein absoluter Lieblingsmanga of all time. Ist allerdings nie, nie so wirklich hier, also hat nie wirklich Fuß gefasst, muss man sagen. Ich glaube, das ist auch einfach ein Titel, der komplett unter dem Radar fliegt. In Japan schon eher ein bisschen bekannter und auch vielleicht im entsprechenden Kreis, im entsprechenden Leserkreis, ist ein sehr legendärer Manga. Ganz großartiges Horrorwerk, zwei Bände abgeschlossen, kann ich wirklich empfehlen. Das letzte Mal, als ich geguckt habe, hat der erste Band, glaube ich, 400 Euro gekostet. Auf irgendeiner Plattform natürlich, Ebay oder so. Deswegen, auch da, der ist damals bei Reprodukt erschienen, da möchte ich jetzt auch sagen, ihr könnt nicht Reprodukt jetzt ans Bein pissen, weil irgendjemand privat 400 Euro dafür verlangt. Das ist nun mal so. Keine Ahnung, ihr geht ja auch nicht zum BMW-Händler und sagt so, hey, wieso hast du denn den BMW aus den 90ern nicht mehr? Das ist ja richtig mies von dir. Es gibt halt nur noch die Modelle von 2022. Äh, 21. Ich weiß auch schon nicht mehr, welches Jahr. Und deswegen ist da ein bisschen schwer ranzukommen. Ich habe es hier auf japanischem Regal stehen, in so einer ganz schmucken Ausgabe, auch mit so Glitzerfolie und Kram. Das sieht richtig edel aus. Ist aber absolutes Ab-18-Material, also sehr, teilweise sexueller Content, sehr blutig, also es ist wirklich nichts für schwache Nerven. Es gibt so eine Szene, wo auch so eine alte Frau beispielsweise in der Wanne mit toten Babys drin badet, so im Blut dieser toten Babys und die Babys schwimmen auch in der Wanne und so. Also sowas passiert da auch. Ist aber echt sehr, sehr heftig und das krasseste Artwork, was ich je gesehen habe. Also es ist wirklich, ich kann sie jedem empfehlen, wenn man natürlich den Magen dafür hat. Okay. Da muss ich mal gucken, ich kenne es selber nicht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß es nicht, aber werde ich auf jeden Fall nochmal nachgucken. Mich interessiert sowas auch. Ich habe jetzt, gestern habe ich Shiver gelesen. Ich weiß nicht, Shiver hast du bestimmt auch schon mal gelesen. Von Junji Ito. Ja, von Junji Ito. Ja, klar. Boah, da war eine Kurzgeschichte mit dem Fett. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Klar, weil du sein Gesicht so ausdrücklichst. Ja, richtig. Wundervoll, wundervoll. Ich liebe es. Es ist unfassbar ekelhaft, aber auch eines seiner bekanntesten Panels, glaube ich. Ja. Ja. Das war krass. Also da in diesen Korpshorror oder dieses, wo man jetzt sagt, so man geht in diesen Ekelbereich, ist halt schon manchmal echt schwierig. Aber da bin ich auch mal, ich gucke es mir einfach mal gerne an. Ich bin auf jeden Fall großer Ito-Fan, muss man dazu sagen. Ich hätte auch vielleicht auf die Frage eher antworten sollen oder vielleicht eher, aber so quasi gefühlt mein zweitliebster Manga, Tomie, der jetzt aber zeitnah bei Carlsen schon erscheint. deswegen, ja, also ich würde den gerne redaktionell selbst betreuen, aber er erscheint ja eh schon bei uns. Deswegen muss ich, muss ich ja quasi mir nicht mehr wünschen, dass er, dass er hier, dass er hier gemacht wird. Ich habe auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob man das sieht, so ein, wie so ein Tomie-Tattoo. Ach, krass, okay. Ja. Geil. Ja, da bin ich auch mal gespannt, werde ich mir auf jeden Fall auch bei Carlsen kaufen und bin da auch eigentlich in diesem Bereich, mag auch seine Werke extrem gerne. Du hattest ja hier nochmal Werbung an das 30-Sekunden-Video, schaut euch das mal an auf YouTube, da gibt Marco auf jeden Fall Preis, dass er Tomie richtig geil findet. Ist so, ist so. Ja. Letzte, fast letzte Frage, lieber aus der Manga-Community. Was hältst du eigentlich derzeit von der Manga-Community? Du meinst von den, von den Leserinnen und Lesern? Korrekt. Ich finde ehrlich gesagt, dass es, also einerseits bin ich super angetan, weil ich merke, dass es nach wie vor auch die Community ist, die ich lieben gelernt habe und wegen der ich Manga lieben gelernt habe. Also es ist diese unfassbare Zusammenarbeit, man hat immer noch, obwohl der Manga-Markt so viel größer geworden ist, hat man immer noch das Gefühl, jeder ist so ein Outlaw irgendwie. Also wir sind alle zusammengekommen, als die Aussätzigen, die irgendwie dafür gehänselt wurden, dass sie irgendwie einen japanischen Comic lesen oder so. Also dass immer noch dieses unfassbare Zusammengehörigkeitsgefühl in dieser Community existiert. Gleichzeitig habe ich dann das Gefühl, dass der Ton sehr viel rauer geworden ist und dass auch die Anspruchshaltung teilweise komplett daneben ist. Da müssen wir jetzt nicht wieder zum Thema Nachdrucke zurück oder sonst was oder Lizenzen oder Zensuren. Gerade natürlich auch von, ich nenne sie einfach mal Hardliner, die wirklich mit absoluter Leib und Seele dabei sind. Ich möchte nicht sagen, dass ich nicht mit Leib und Seele dabei bin, aber die das irgendwie so zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben, so eine Art Manga-Purismus zu vertreten. Da kommt dann oft ja auch so eine Feindseligkeit, die vor allem an die Verlage herangetragen wird. Und die sagen so, ja, aber hier auf der einen Seite ganz unten, da ist so ein kleiner schwarzer Punkt. Ich glaube, der ist im Original nicht da. Reinigt bitte mal eure Druckerpressen. Also so weißt du, so dieses etwas zu Anspruchsvolle, was dann auch meistens leider ein bisschen unhöflich kommuniziert wird. Also ich glaube, da fehlt manchmal so ein bisschen das Feingefühl dafür, wie man so die Kritik äußert. Und man wird halt sofort irgendwie so ein bisschen an die Wand gestellt. Und ich denke mir so, hey, das kann man doch auch irgendwie anders sagen. Also wenn du schon diesen fast obskuren Anspruch hast, sag es doch wenigstens auf eine nette Weise, wir sind doch alle Teil dieser großen selben Community. Aber ich habe leider ein bisschen den Eindruck, und das ist das, was mich ein bisschen traurig macht, dass die Verlagsmitarbeiter dann selbst nicht mehr als Teil dieser Community wahrgenommen werden. Also es ist so quasi, die sind die auf der anderen Seite, die ihr Geld damit verdienen. Die haben das alles nur noch, die beobachten das nur noch aus so einem kapitalistischen Winkel heraus. Und das stimmt halt einfach nicht. Ja, das hast du auf jeden Fall schön gesagt. Also ich finde das auch, ich kann dir da nur 100 Prozent zustimmen. So sage ich das auch. Kriege ich das auch direkt aus der Community immer mit. Und hörst dann auch immer von euch selbst, ich hatte ja auch schon ganz viele andere, die das dann auch teilweise so dann auch mal erzählt haben. Und ich kann dir da auch dahingehend nur zustimmen. Und wenn man dich jetzt so reden hört, jetzt in dem zweistündigen Interview, merkt man aber auch, dass da eine Leidenschaft da auch so drinsteckt. Und alle, ja, man muss ja auch sagen, wir haben heute Freitag 19 Uhr. Man könnte jetzt auch ein Saufen gehen, anstatt sitzen wir jetzt hier und quatschen halt über Manga. Ja, ich finde das mega geil übrigens. Kann ich direkt mal sagen. Das macht mir sehr viel Spaß. Danke, danke. Ja, und da kann man auch was anderes machen. Und ich finde das halt, das macht halt mir auch Spaß. Und deshalb mache ich das Ganze auch. Und ja, ich finde es cool. Auf jeden Fall. Die letzten zwei Fragen an dich, Marco. Worauf dürfen sich denn die Fans noch in Zukunft bei euch freuen? Erstens, dass wir natürlich trotz unserer bestrengten Kapazitäten an coolen neuen Projekten arbeiten, wie jetzt zum Beispiel diese Sache mit den deutschen Zeichnerinnen. Dass wir aber auch gleichzeitig, sage ich mal, neue Wege gehen in der Thema, im Thema Lizensierung, Neuauflagen und so weiter. Man merkt das ja jetzt schon an Mila. Wir loten neue Bereiche einfach auch aus. Genauso wie das ja auch andere Verlage machen. Ich meine zum Beispiel Altevers hat jetzt die Webtoons für sich entdeckt und losgetreten und so. Und das ist ja auch alles super cool, weil ich finde, man merkt, dass die Verlage möchten, also die möchten sich weiterentwickeln. Es geht nicht nur darum, irgendwie die ewig gleichen Manga irgendwie zu veröffentlichen und zu hoffen, dass der nächste große One-Piece-Hit dabei ist, sondern man guckt auch, was geht sonst noch? Können wir eine DVD machen? Können wir irgendwas mit deutschen Zeichnern machen? Machen wir Webtoons? Machen wir super alte Lizenzen? Und genau sowas ist bei uns eben auch zu erwarten. Also wir haben ja jetzt, wir haben zwar noch nicht alle Zusagen, aber ich bin eigentlich relativ positiver Dinge, das neue Programm finalisiert und auch da sind wieder ganz wunderbare Sachen dabei und es ist einfach so breit gefächert und so schön gemischt, dass ich einfach mich auch schon allein aufs nächste Programm freue, das jetzt noch nicht angekündigt ist. Aber auch da erwartet unsere Fans natürlich wieder einiger geiler Shit. Ich bin auch mal gespannt, kann man denn schon sagen, wann ungefähr diese Ankündigung kommen wird? Also die sind bei uns eigentlich immer im April und Oktober, wenn es sich alles den Regeln gemäß verhält. Deswegen könnt ihr mit einer Ankündigung der nächsten Titel in drei Monaten rechnen. Also das aktuelle Programm wurde ja auch erst im April angekündigt, also das mit Crimson Sisters und Mila und so. Oder ich glaube sogar erst im Mai, ich weiß es gar nicht. Also vor nicht allzu langer Zeit. Das heißt, bis zur nächsten Programmankündigung dauert es vielleicht noch die ein oder andere Minute. Okay. Da weiß ich auf jeden Fall Bescheid und die Leute wissen auch da Bescheid. Ich bin da echt auch ein bisschen hyped und bin mal gespannt, was da noch so ein bisschen bei euch dann halt rauskommt. Ich finde, wenn man sich so nach und nach die Lizenzen von allen möglichen Verlagen anguckt, auch dann bei euch, dass sich das dann auch, wie du schon sagst, das hat sich alles ein bisschen gewandelt und da kommt so teilweise echt cooles Zeug raus. Und dann auch, wie gesagt, bei euch diese Mila Superstar Lizenz, wo ich dann auch dachte, hey, das ist mega und bin auch gespannt, ob das dann in die Richtung irgendwann dann auch vielleicht weitergehen könnte. Bleibt abzuwarten und dann hoffe ich dann auf jeden Fall, dass wir da auch dann die geilen Lizenzen dann wieder bekommen und ich bin echt gespannt. Marco, du hast die legendären letzten Worte. Du darfst noch mal deinen Abschlussplädoyer halten, sozusagen. Schwierigste immer. Ach, keine Ahnung. Ich würde einfach sagen, lest Egmont Manga. Nein. Aber erst mal möchte ich mich für unseren krassen Support während dieser doch harten Pandemie Tage irgendwie bedanken, weil wir einfach gemerkt haben, wie du es ja vorhin schon angesprochen hast, so, ey, das Verlagswesen hat nicht gerade gelitten. Ganz im Gegenteil. Und das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Das heißt nämlich, ihr habt irgendwie gesagt, ich gehe zu meinem Händler, ich gehe ins Internet und hole mir irgendwie geilen Lesestoff, weil ich so einfach gerne meine Freizeit verbringe. Und das ist einfach mega schön zu sehen. Auch ja allein so das Wissen, ey, wir haben irgendwie auch Leute vielleicht irgendwie mit geilem Entertainment so ein bisschen durch die Pandemie begleitet und denen das Leben vielleicht sogar ein bisschen einfacher gemacht oder vielleicht haben wir sie mal zum Schmunzeln gebracht oder ihnen eine Gänsehaut verschafft, weil sie Horror-Manga gelesen haben oder so. Du weißt, was ich meine. Das finde ich ein wahnsinnig schönes, schönes Gefühl. Und dafür erst mal danke. Gleichzeitig, ja, würde ich mir auch wünschen, das ist vielleicht ein kleiner Aufruf, dass man manchmal ein bisschen mehr Verständnis dafür hat, dass auf der anderen Seite des Screens sitzen auch Leute, die genauso eine Leidenschaft dafür haben wie ihr. Also wir haben auch, wir haben auch eine große Manga-Liebe. Wir lieben diese Produkte. Wir geben täglich unser Bestes. Wir ballern richtig viele Überstunden, damit am Ende geiler Shit dabei rauskommt. Und manchmal würde es uns, glaube ich, freuen, wenn ein bisschen weniger Hate kommt oder wenn der Hate zumindest als konstruktive Kritik getarnt wird und nicht ganz so hateful formuliert. Das wäre eigentlich schon so mein einziges Plädoyer. Ansonsten, man bleibt einfach, wie ihr seid. Wir sind die geilen Manga-Outlaws. Das waren nochmal schöne Schlussworte, auf jeden Fall. Ja, geil. Ich kann mich dahingehend auf jeden Fall nur sagen, Marco, das waren auf jeden Fall echt coole Worte und ich kann dir da auf jeden Fall nur zustimmen. Und ich danke dir auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir machen mal so einen Counter. Ich danke dir dahingehend auch, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt das längste Interview gehabt. Zwei Stunden und 20. Wie gesagt, das Ganze, das wird auf YouTube zur Verfügung gestellt. Ich kenne euch da noch Timestamps rein, dass ihr dann auch unterschiedliche Sachen euch nochmal anschauen könnt. Das Ganze, das wird es auch als Podcast geben und dergleichen, könnt ihr euch dann auch angucken. Und Marco, könnt ihr dann auch wieder sehen in dem 30-Sekunden-Format, was ich glaube, in zwei Wochen kommen wird. Ich weiß auch gar nicht, was wir als nächstes hatten. Ich glaube, ich spoiler es nicht. Doch, ich spoiler es doch. Als nächstes kommt abgebrochene Manga, sozusagen die, die wir alle abgebrochen haben. Und ja, da werden wir auf jeden Fall Marco dann nochmal sehen. Marco, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und freue mich, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir quatschen konnten. Ich werde dich auch gerne nochmal einladen, wenn wir dann auch mal nicht mehr dieses Vorstellungsinterview haben, so wie ich das eigentlich jetzt mit allen Verlagen habe, sondern direkt dann auf die einzelnen Lizenzen eingeben, die dann halt auch neu gekommen sind und dann auch direkt auf aktuelle Themen auch mit gleichzeitig eingehen. Das ist ja immer so ein bisschen so ein Vorstellungsinterview, was ich hier derzeit so mache. Und ich würde mich echt freuen, wenn wir 2022 gerne nochmal über bestimmte Themen oder dergleichen reden können oder wenn man sich auf einer Messe irgendwann vielleicht mal sehen könnte oder was weiß ich was. Definitiv, definitiv. Also vielen Dank an der Stelle auch natürlich nochmal für die Einladung, vor allem angesichts der Tatsache, erstes Mal, dass ich super viel rede. Sorry, ich wollte dein Format gar nicht so sprengen. Und ich bin natürlich kein Programmleiter, sondern einfach nur ein Wald- und Wiesenredakteur und durfte trotzdem hier sein. Das freut mich mega. Es hat mir auch echt mega Spaß gemacht. Ja, vielen Dank für dieses sehr coole Interview. Danke dir auch. Ja, Leute, das war es auf jeden Fall von The Manga Part 16. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Freitagabend und ich denke doch mal, man sieht sich auch in einem anderen Format nochmal. Als nächstes, ich weiß noch gar nicht, wie ich es habe, ob ich nochmal eine Pause machen werde. Eventuell kommt jetzt noch Kaze, eventuell kommt eine Pause. Ich weiß es nicht. Muss man nochmal schauen. Auf jeden Fall danke ich euch, dass ihr euch Zeit genommen habt für dieses tolle Interview. Danke, Marco, noch einmal, dass du dir Zeit genommen hast und wir werden uns auf jeden Fall in einem anderen Video sehen und bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.